So, Paul, sag was. Kaya, hörst du mich? Sensationell. Hör mal, haben wir alles eingerichtet, dann können wir das Spiel verlassen. Komm, wir machen eine Runde. Wir machen auch nur fortgeschritten, okay? Jetzt ist er schon wieder weg. Spiel late. Also, Paul, pass oben. Boah, du bist so schlecht gerendert, du. Guck mal, was du für einen Buckel hast. So, nimm dir hier mal so eine starke Taschenlampe. Hier diese rote, vor der ich gerade knie. Nimm mal die mit E. Nee, die ist immer noch da. Ich seh das doch. Hier, die unten, die rote. Geht nicht. Mit E, mit E. Hab ich. Hab ich. Wie geht die denn an? Geht die scheiß Taschenlampe an. Mit T, mit T, mit der rechten Maustaste, wenn du sie in der Hand hast. So. So ist gut. Nimm mal so ein Buch hier, Paul. Sehr gut. Und jetzt nimmst du dieses Ding hier, EMF-Reader, mit E. Okay? Komm mit. Kommen Sie bitte mit, Herr Panzer. Man kommt in die erste Welle. Sag mal, wie kann ich auch schnell laufen? Wie kann man ein Spiel programmieren, wo man so langsam geht? Mit Shift. Wie laufe ich? Mit Shift kannst du ein bisschen schneller. Mit Shift den Bohrer senken. Muss ich auf den Bohrer senken drücken? Pass auf, hier geht's darum, dass wir still und leise das Ding... Ach komm. Ding... So. Wenn dein Ding ausschlägt, dann ist der Geist in der Nähe. Ah, verstehe. Okay? Und jetzt suchst du. Gehst durchs komplette Haus. Ah! Das hat ausgeschlagen. Sag doch. Das schlägt... Auf wie viel? Drei. Das heißt, der Geist ist... Wir sind gleich tot. Ich glaube, der Geist ist in diesem Raum. Wir haben hier sieben Grad, acht Grad. Aufgeschmockt. Ich schalte dich dann um auf Railgun. Ich... Ich baut auf Railgun. Pass auf. Geh, wechsel doch mal aufs Buch. Mit C gehst du in die Hocke. Mit C. Und jetzt mit F ablegen das Buch. Wenn man mal muss... So ist gut. Komm, mach mal auf Pumpgun und dann... Sag bitte... Hier, 33, Vicky 33, wirf die Granate, Paul. Wie schalte ich um auf Granate? Sag mal, schreib was ins Buch. Was? Das ist ja dein Buch. Du musst mit dem Geist reden. Wem soll ich das sagen? Dem Geist, der hört dich. Sag dem Geist, der soll was... Wo spreche ich das denn hin? Einfach so, der hört dich. Wo spreche ich das denn hin, Gaia? Der hat schon was ins Buch geschrieben. Der hat schon was ins Buch geschrieben. Was soll ich denn sagen? Guck mal da rein. Guck mal, der hat was ins Buch geschrieben. Guck mal rein. Geh doch mal rein in das Zimmer da. Hier, da. Deine Befehle sind missverständlich. Wie mach ich denn die scheiß Tür auf? Guck mich doch mal an. Jetzt komm doch mal zu mir. Du musst doch erst die Tür aufmachen. Nein. Das ist... Alter, wir werden sowas von gefressen. Komm her. Siehst du, was er da reingeschrieben hat? Okay. Was steht da? Nein. Ey, ich hab viel Dioptrien. Wie soll ich das... Jetzt machst du die Tür zu. Du hast die Tür zugemacht. Nein, das ist der Geist. Der ist da drin. Jetzt guck doch mal. Lies doch mal vor, was er geschrieben hat. Wie kann ich das denn sehen? Siehst du, denn ist nicht, was er im Zimmer hat. Nein, da steht die, 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 die. Was ist das? Die, 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 die. Es ist englisch. Wie geh ich denn in die scheiß Hocke? Kaya, wie geh ich in die Hocke? Du bist schon... Kaya, wie geh ich in die Hocke? Du gehst auf im Scheißbuch. Du bist... Du bist schon... Du bist in der Hocke. Was bin ich? Komm jetzt. Du, dann sag mir das doch. Die, 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 die. Komm jetzt mit. So ein behämmertes Spiel, ganz ehrlich. Da spiel ich ja lieber vier gewinnt. Warum ist der Dampf? Hast du einen fahren lassen? Was ist das für ein Dampf hier? Warum bin ich dann in dem Raum jetzt gefangen, oder was? Kaya, ich sag's, wie es ist. Das Spiel ist scheiße. Egal, was du für Sponsorverträge hast. Kaya? Kaya? Wie mach ich denn die Tür auf? Das ist das Problem. Wie geh ich denn aus der Hocke aus? Das ist der Geist, der hat die Tür zugemacht. Mit... Mit C. Mann, komm mal her. Bist du bescheuert? Du rennst durchs Haus. Ich hänge hier in den Abstellraum. Kaya. Ich stehe an einer blöden Waschmaschine. Du bist so bescheuert. Du wolltest auch mit mir zusammenspielen. Jetzt komm mal hier in diesen Kackraum. Komm mal mit jetzt. Komm mit. Wir haben den Geist schon... Ich bin doch im Raum gefangen. Ja, komm mit. Wir haben den Geist schon... Nein, das bist du. Wir haben den Geist schon identifiziert. Komm mit. Ich hab den Geist eine braune Leberjacke an. Komm mit. Ja, hat er. Komm mit, komm mit. Schnell hier weg. Der jagt uns jetzt. Alter, was du das? Wow. Er jagt uns jetzt. Komm mit. Das finde ich nicht. Das ist der Geist. Der Geist, der jagt. Es kann nichts machen. Mach doch die Tür auf. Ich bin doch schon. Warum flach er denn die Lampe? Weil er dich jagt. Wieso höre ich ihn überhaupt noch? Was? Der jagt dich. Versteckt dich. Paul. 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 Oh. Oh. Noch eine Runde, bitte. Aber ich verstehe das Spiel nicht. Also, ich sag's dir nochmal. Nein. Entschuldig zu. Kannst du auf bereit klicken? Bereit. Ja. So, hab ich. Hab ich. Putz ich nix. Mit E? Auf E drücken? Sehr gut. Hab ich. Ja, hab ich. Und jetzt nehm ich den E, P, S, K. Oh, mit E. Ich hab es. Genau. Und jetzt nimmst du noch dein Buch. Ja. Nimm dein Buch mit. Ja, oh, mit E. Super. Und jetzt? Wie mach ich nochmal die Taschenlampe an? Der macht sie nicht an. Jetzt mit... Hör doch mal auf, um zu lachen. Was? Drück mal. Geh mal. Du, jetzt hast du das Buch in der Hand. Das brauchst du jetzt... Was denn? Geh, 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 geh. Ich hab das scheiß Buch in der Hand. Das brauchst du jetzt nicht. Geh mal auf den EMF-Reader, bitte. Was heißt denn EMF? Ja, das Ding. Nein. Ja. Und jetzt die Färbedienung. Jetzt die rechte Maus. Was heißt EMF? Du spielst ein Spiel, du hast überhaupt keine Ahnung. Das könnte ein Temperaturmessgerät von Johann Lafer sein, mit dem du dann eine Temperatur misst. Ich, ich hab das Temperaturmessgerät. Du drückst es auf... Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, bitte, ich hab... Scheiße, wir haben Schlüsselverkehr. Ich hab wirklich, ich hab... Schlüsselverkehr. Blöder Kackschlüssel, ey, der müsste auf den Sacken. Komm mit. Du gehst zurück in den LKW und sagst, komm mit. Ach, guck mal, wie das animiert ist. Wie langsam die gehen. Das ist ja wie Pickfall auf meinem Atari 2600. Wir haben 2020. Wie kann ich denn ein Spiel machen, wo die gehen, als hätten sie alle in die Hose geschissen? Geh mal hier runter in den Keller. Na, geh doch selber blöd, Mann. Ich geh doch nicht in den Keller rein. Gehst du jetzt in den Keller da rein? Ja. Geh in den Keller rein. Und guck mal, was da unten passiert und sag mir Bescheid. Das ist da hier so ein... Äh, Kaya, hast du die Tür zugemacht? Nee, das ist der Geist. Kaya! Dann lass uns wieder zum Truck zurückgehen und noch mehr Equipment holen. Noch mehr Ausrüstung. Das reicht noch nicht. Ich war dir hier. Wo bist du? Nein, komm mit. Kaya! Du stirbst, wenn du da drin bist. Das ist eine UV-Lampe. Damit kannst du Fingerabdrücke. Genau. Und... Und... Und hier... Komm, klau mal alles. Nein, da ist eine Videokamera. Oder EPF. Nee, die brauchen wir nicht mehr. Ja, komm, komm, nimm mal das gut. Nimm das Ding. Nimm diese... Nimm diese Fotokamera mit. Komm, jetzt Paul, eine Runde noch. Wir haben es fast geschafft. Nimm diesen Foto. Nimm die mir. Dann geh doch mal mit deiner blöden Jacke da weg. Du stehst davor. Mann, bist du aggro? Ja, weil mich... Entschuldige, weil mich das Spiel aggro macht. Guck mal, ich drücke auf E, 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 und der nimmt diesen... Ich hab schon drei Sachen. Komm mit. Sag mir mal, ob du Fingerabdrücke hier vorne findest. Schau mal hier, kannst du mit deiner Lampe alles hier anschauen und die Fingerabdrücke sind grün. Auf Lichtschaltern, auf dem Fenster. Oh, scheiße, er jagt uns. Komm mit. Ich hab ihn gesehen. Er ist hier rein. Komm mit. Hier, hier ist er rein. Halt die Klappe. Die Tür. Halt die Klappe. Versteck dich. Hier ist er rein. Wo bist du? Versteck dich, komm hier rein. Hier bin ich. Versteck dich. Nein, ich fang ihn. Warte, ich schalte um auf Schottkart. Wo ist denn der? Hau lauf. Versteck dich, Dix. Ich schalte um auf Schottkart. Wirkt das Fähnlicht, aber das Blaue. Okay. Also wir haben gerade, pass auf, ich hab dir doch gesagt, wenn er uns jagt, dann musst du dich verstecken. Warum soll ich mich denn verstecken? Ich bin doch hier der Gamer. Ich hab EMF4. Hast du Fingerabdrücke gesehen? Paul. Ich weiß auch nicht, weil ich diese bescheuerte Tür aufkriege. Also dieses Spiel ist sowas, ich find es langweilend. Ich hab's verleid. Scheiße jetzt. Vielleicht fehlt mir auch... Dahin war er. Hinten ist er. Ich seh ihn. Warte. Ich hab Discount aufgemacht. Ich hab ihn. Ich schlage ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Shot. Ist gut. Du hast es überstanden. Also du magst das Spiel überhaupt nicht. Hab ich verstanden. Du, ich mag's mit Leuten, die euch, die nett sind zu spielen. Mir ist es eigentlich egal. Spiel das scheiß Spiel. Ich bin dabei. Okay. Danke. Hey, wie nehm ich nochmal diesen scheiß Futter? Boah, es regnet. Hat einer einen Regenschirm? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was fliegt hier? Leute, ist denn die Schublade hier? Nee, welche Schublade? Kaya, komm mal. Was? Siehst du die Schublade hier nicht in der Luft schweben? Nee. Hier schwebt eine Schublade. Es sei denn, du bezeichnest Paul als Schublade. Kaya, komm. Ja. Du musst sagen, Kaya hört. Kaya hört. Papa Mike. Keine Info für dich. Sorry. Wie mache ich eine Tür auf? Äh, du drückst, Paul, du drückst auf die Tür und du musst schieben oder ziehen. Eins von beiden. Hey, danke. Mach einfach weiter. Ja, super. Hast du gemacht? Linke Maustaste, auf gedrückt halten. Tut sich gar nichts, wenn ich auf die dreckslinke Maustaste drücke. Was? Mit deiner Dreckslederjackie. Hier geht. Das funktioniert nicht. Das ist ein Bug. Nein, das ist bescheuert. Das ist Kacke. Das ist Tesla-Technik. Das ist nicht echt. Kaya, weißt du, ich mag die Mechanik auch nicht und so. Schwierige Sache. Leck mich doch. Mann. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Ich finde es aber nicht lustig. Aber ich finde es so. Verstehst du das? Ich brauche eine scheiß Schottgum. Help me. Für diese Drecksgeister. Hier, guck dir diese Fliesen an. Die sind aus dem Bauhaus. Der hat das Spiel gemacht. Ich weiß. Hey, das war nur ein Mann, der das gemacht hat. Ja, ich möchte mit ihm sprechen. Aber jetzt hast du sie auf und zu gemacht, die Tür. Das war doch gut. Du siehst doch diesen Cursor in der Mitte. Diesen weißen Ring. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich bin zu alt für den Scheiß. Nervlich. Komm da raus. Der kommt. Komm raus. Komm raus. Ey, was war das? Das war der Geist. Er ist ja in der Nähe. Ey, jetzt ist das noch so ein Schocko bei mir. Paul, mach die Tür auf. Komm raus. Kaya, ich kriege diese Dreckstür nicht auf. Du gehst, siehst du in der Mitte diesen weißen Ring? Nein, ich sehe eine Scheiß-Colette. Ich sehe einen Scheiß aus. Und meine Lampe blinkt. Was heißt das? Was heißt das? Heißt das, der Geist zieht jetzt ab oder was? Mach die Spülung. Wo ist der Scheiß-Typ? Kaya, wo bist du? Kaya. Halt die Klappe, Paul, bitte. Nein, da sag mir doch, wo du bist. Ich hab Angst. Hat er wirklich... Hat er wirklich... Schlo... Schloheppisch. Nein, oder? Er hat nicht Schloheppisch. Komm jetzt mit. Ich hab Angst. Ich will hier weg. Komm mit. Warum hat es eigentlich... Paul, mach die immer noch in der Tür. Kommst du jetzt da raus? Scheiße. Nein, da kommt ein Geist rein. Wo bist du? Ja. Meine Lampe blinkt. Meine Lampe blinkt. Kaya, meld dich. Schhh. Halt die Klappe. Komm doch mal zu mir. Wo bist du denn? Ich geh hier vor so einem Eichenschrank. Kaya? Schhh. Kaya. Versteck dich, Paul, und halt die Klappe. Der Kaya hört mich nicht. Ich muss auf Funk gehen. Kaya, hörst du mich? Kaya, kommen. Schlo. Schlo. Schlo, kannst du mich hören? Schlo, sag mir, falls du noch... Schlo, vielleicht hast du noch ein bisschen Restleben. Melde dich, wenn du... Schlo, kannst du mich hören? Vielleicht bist du nur bewusstlos. Gib mir ein Zeichen. Friertemperaturen, Fingerabdrücke, Geisterbox. Hast du? Fingerabdrücke. Nein, hab ich nicht! Hey, sorry, Freund, ich bin nicht salty. Geist. Hat jemand das Licht angemacht hier? Wartet mal, Leute, wir brauchen noch Beweise. Komm mal mit. Das ist so bescheuert. Jetzt hab ich hier wieder so... Was denn? Hallo, ich hab hier Denzel Washington. Was denn? Wir haben doch Orbs gefunden. Wir haben doch alles gelöst, oder? Wo bist du, Paul? Mann, ich bin draußen bei dem Typ, der sich in die Hose geschissen hat. Guck mal, wie der geht. Das ist doch kein echter Mensch. Das ist überschlorox. Hast du Gefriertemperaturen eingetragen, Geisterbox und Geisterorb und Geister... Mann, ich hab überhaupt nichts. Ich hab nichts mehr. Ich hab ne Taschenlampe. Ich hab weder... Ich kann weder Messern noch ne Claymore ablegen. Ich hab gar nichts. Warte. Scheiß Taschenlampe. Nein, pass auf, ich zeig dir... Komm mal mit. Das ist doch kacke, das Spiel. Was soll das denn? Guck dir das mal an. Paul. Paul, komm mal mit. Ich zeig dir jetzt die Waffe. Komm mit, die ist im Truck. Komm. Siehst du dieses blaue Ding hier? Siehst du das blaue hier? Scheiß auf das blaue Ding. Was soll ich denn damit? Wenn du das auseinanderbrichst... Ja, ich nehm ich's eh. Wenn du das auseinanderbrichst in die Hand und dann... Siehst du? Was? Was? Knickst mal auseinander, dann macht's ein Riesen... Feuerwerk. Ich will's mich verarschen. Das bist du mit deinem Gamepad. Das ist ein blödes, idioten, lila Licht. Das ist wie bei Rambo. Hey, das blaues Licht. Was macht das? Das macht blaues Licht. Warte. Ich rede um dieses Gitter rum, dann ging's auf die Frist. Ich will in the free Apartment verlassen. Oh, ist am Rächten. Wann kommst du denn, Paul? Bin neu in der Wohnung. Geht. Geht. Kaya, wir sind noch gar nicht am Spielen. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich war so... Übereifrig. Ne, dumm. Mit diesem Geschneipe, das ist ja doof. Okay, dann ohne Schnaiper. Boah, hast du... Du hast eine ordentliche Geschwindigkeit drauf. Ja, ich... Hier ist glaube ich 30, ne? Lebst du noch? Ne. Ist ja gut. Wann wird's mal wieder richtig Kaya? Mann! Ich hab fünfmal auf dich geschossen. Äh, fünfmal reicht nicht aus. Du bist irgendwo im Gebüsch, oder was? Ich seh dich nicht. In the Busch. What did you do in the Busch? Ich muss warten, bis die Polizei wieder zurück aufs Reserve-Re-Re-Re-Dunf fährt. Nochmal? Auf Deutsch? Ich muss warten, bis die Polizei wieder zurück aufs Reserve-Re-Re-Dunf fährt. Probier. Du kriegst richtig Ärger mit der Polizei, ne? Weißt du aber. Wo bist du eigentlich? Wollen wir noch Deathmatch, oder? Hast du Schiss? Entschuldigung, was hast du gesagt? Ja, jetzt nicht abknallen, wenn ich im Wasser bin. Ach, im Wasser bist du. Danke für den Tipp. Das wusste ich echt nicht. Ach, Quatsch. Nein, ich wusste es nicht. Ich habe auf die andere Straßenseite gezielt. Du siehst mich die ganze Zeit an und ich sehe das doch. Nein, ich habe original auf die andere Straßenseite gezielt und wusste das nicht. Dann guck nach weiter. Das war ein Sniper. Nein, das war eine verirrte Google. Du hast gerade die Waffe gewechselt. Du Arsch, ich habe doch gesehen, dass du ein Sniper bist. Nein, das war ein Pferdschläger. Da wechselt er die Waffe. Wirklich. Parallel-Hitter. Ein Querschläger. Ach, scheiße, du bist da unten. Nein! Ich habe dich gesehen oder hast du mich? Mann! Jetzt krieg ich einen Anruf. Hau ab! Nein! Nein! Ja, geht doch nur ohne Schwimmen. Dein Geräusch. Das ist immer als wenn du die Schrank wand. Nein! Hüpf! 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 Rolle vorwärts. Springen. Rolle und Rolle. Und rückwärts gehen. Nein, wie geht der rückwärts? Ihr zwei Vollhomst kriegen hier nichts geredet. ich bin genau da wo ich dich platt gemacht habe weil ich mich erst mal sortiert habe das war so knapp wieso habe ich denn jetzt die schon wieder die blöde wumme nein mann ich kriege abruf weg hier ich bin im wasser du kannst mich ja auch ich kann keine waffe nehmen warte ich kann mich darauf schießt ja nicht auf dich ich will noch mal so eine welle machen ich bin schon auf hauskampf eingestellt warte warte ist ja gut alter bist du aggro ist damit ich jetzt bin ich im wasser das gilt ich kann ich nicht unter wasser wir sind so schlecht kommt noch ein faustkampf hat ein haymaker war das oder wie bist du denn aus wie geht denn ausweichen gegen anruf ok ich hatte anruf ok ich bin ich in die hocke hab ich dich abgelenkt wie bist du ausgewicht ich will das wissen du sagst leg die waffe weg paul leg die waffe weg pauskampf wieso schlauer warum boxst du mir denn in den rücken lass mich doch erst mal du bist an mir vorbei es reicht jetzt leg die waffe weg paul paul don't do it du bist ein auf hauskampf komm letztes letztes mal und danach spielen wir phasmophobia wie du wolltest das ist so schlecht warte 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 ich geh nur um dieses gitter rum dann ging es auf die frist Oh Das gibt es doch nicht, ich komme ja nicht mal rüber Warte, ich komme zu dir Na toll Bleib mal stehen Wo bist du? Hinter dir Was? Achso Aua Mann, das Ausweichen geht nicht So, leck mich schon Echt Ich bin der wieder an dem Fersen dran Du kennst mich nicht in können Du hast ja richtig Zielwasser getrunken heute Ja, aber du Ich weiß, hier kommt wieder so eine schlechte Sequenz Schieß! Schieß! Nein! Roll dich! Roll! Laden! Rollen! Springen! Nein! Ich kann nicht mehr Wir sind so schlecht Bist du, komm raus hinter dem Scheiß Baum! Hey! Oh, jetzt habe ich mich selber Boah! Du hast dich so schlecht angeschlichen, sorry! Ich meine, kommt einfach auf hinter so einem Hügel hervor! Ich meine, komm da wird Baba! So, jetzt mache ich keine Dings mehr Komm da einfach hinter so einem Hügel hervor! Nein, ist mir egal, ich mache nichts mehr! Ja! Mit dir richtig! Ich habe bisher mich zurückgehalten! Schleich dich doch mal an oder so! Ich schleich mich schon an, du! Wo bist du? Ja! Was soll das spielen? Was hast du denn für eine Fassersprinzpistole? Guck mal, wie du wegsleidest! Sogar als Leiche bist du in der Nietzsche! Du bleibst noch nicht mal liegen! Da kommt er! Hey! Ich war hinterm Baum! Du fliegst so schön! Au! Au! Boah! Tot! Bist du immer noch nicht tot? Doch! Jetzt bist du tot! Shame on you! Ach! Kommt er schon wieder! Der Frotzler! Wo ist er? Ich habe dich nicht... ...gefragt! Gesehen! Ah! Wo? Keiner gesehen! Du... Den jetzt! Wer den gewinnt, der gewinnt! Das passiert mit... Das! Okay, wer den nächsten gewinnt! Oh! Den! Wer den gewinnt! Na! Lass! Hör mal! Jetzt den! Okay, ab jetzt da ist Null! Nein, 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 nein! Nein! Der nächste! Kannst du jetzt nicht! Wer jetzt gewinnt, der hat gewinnt! Gewinnt! Okay! Kein! Wer jetzt gewinnt! Der hat's gewinnt! Nein! Nein! Hallo YouTube! Ich spiel gleich Paul Fight The Stick! Ich stick fight The Paul! Hi Paul! Ich stick fight YouTube! I fight! Ich sticke YouTube! Ich zocke gleich mit Paul Panzers Stick Fight The Game! Und ratet mal, wer gewinnt! Seinen letzten Win, den schneidest du raus! Kennst du dieses... Wie heißt das? Stick Game? Kennst du das? Wir könnten Browser spielen... Sollen wir Stick Fight spielen? Wie geht das? Wir fassen... Alter, ich hab mich erschrocken! Schon mal Jumpscare! In Lobby einladen! Bumm! Alles gut, ich hab angenommen! Okay! Jetzt müsstest du... Ja! Da sind wir doch! Und jetzt? Warte mal ganz kurz! Geht's schon los? Wie spring ich denn und so? Geh weg! Weg da! Au! Komodo! Wie spring ich denn in diesem Vollidiotenspiel? Spielst du mit Controller? Jetzt mit Controller, ja! Dann mit vorne den Tasten! Vorne drauf den! Vorne den! Was ist das denn jetzt? Eine Wurmschießmaschine! Meine Güte! Hey! Hol mal deine Würmer weg! Kann mir mal einer sagen, was man hier machen muss? Erschießen! Was wollen denn diese bescheuerten Würmer hier? Die hast du doch geholt! Ja dann sollen die wieder sich verpissen! Hä? Spiel ist doof! Ich hab mir 2 Euro 50 ausgegeben! Au! Nein! 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 Wir spielen das... Wie komm ich nicht wieder hoch? Wie komm ich nicht wieder hoch? Wenn die jetzt auf mich kippt... Du weißt wenn du die Waffe hast... Hä? Hey! 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 Kann ja! Die, 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 die! Du kannst! Warte mal jetzt krieg ich was! Hör auf mich! Scheiße! Ja! Headshot! Was mach ich denn hier mit? Was ist denn das? Scheiße! Langsam komm ich rein ins Spiel! Ich... Ey, ich hab den Boot da runter Propeller! Was ist jetzt? Du bist tot! Hey! Was? Nee! Du bist tot! Du... Mach das! Nein! Oh shit! Oh shit! Warte, ich bleib hier zwischen! Hier passiert nichts! Wo ist denn die Waffe? Hä? Was? Hä? Nein! Das ist wie so ein beschissener Comic! Ich sitz im Span... Wie soll man denn an die Waffe ankommen? Kiste! 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 Warte! Warte! Lauf! Der Wahnsinnige! Du mit deinen beschissenen Würmern! Ey, hör auf mit dem! Nein! Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache! Alles klar, du wieder! Ja! Der Übertreiber! Warte, ich hole mir noch eine! Yes! Mach's doch! Schmeiße! Sich selber weggebumst! Man kann immer nur eine Waffe haben! Wie wär ich die los? Schmeißt du doch weg! Sie hängt an mir! Ach! Ja! Sooie, jetzt gibt's auf die Freste! Oh! 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 Man hat eine! Nein! 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 Quell nicht mal lange! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Nicht mal lange! Scheiße, er hat's wirklich gescheinrt! Boah, diese Bisch... Diese Wurme! Was passiert mit... Das ist doch asozial. Was soll das... Die lösen sich auf, ne? Das bin ich aber in Sicherheit Nein! hoch man ich komme dann muss springen im sprung springen 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 du immer weil ich kann so eine wand kann ich nähe oft mit dem laser jetzt machen wir nichts okay machen wir nichts okay was verstehst du was wolltest du denn machen was gucken ja übertreib doch was ist das jetzt schon wieder ich habe mal so sollte es soll die ist das macht mich aggro das macht mich richtig aggro was das hallo 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 was geht du bleibst ja guck dich da um bist du tot dieses lachen macht mich so aggro das kannst du nicht vorstellen ich mag dich ja aber dieses lache macht mich da kommen würde ich am liebsten hier in das ding rein die scheißschlangen du jetzt komme ich dich holen mir ist das egal und wenn du doof lachst dann nein waffe weg hör ich komme ich habe noch eine ich habe eine neue was macht er da ist das so ein spiel kaya kommt was man ja die schön aber ja das schönes deutsch gehe ich schon mal war ja kommen gelaber komm gitter lover gelaber für dich reicht ja gelaber mister lager war jetzt hat er muss wenn du an der wand klebst springen und dann mit dem stick richtung band drücken dass du in der richtung bleibt und währenddessen weiterspringen wie war das mittelteil ja genau was ist geschafft respekt und zurück ja super jetzt schießt meine ketten ja sehr gut mach weiter ich habe was für dich die sind scheiße auch für dich 2 2 ich habe was für dich gar nicht wirklich respekt auf das war das erste mal in deiner twitch karriere dass mich beeindruckt hast. Ich spring jetzt in die Wand, dann spring ich noch mal, 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 noch mal. Du musst aber währenddessen in die Richtung drücken. Sehr beeindruckend, was du da machst. Das ist der Knaller. Oh, ich habe ein schwarzes Loch generiert. Halt dich mal fest. Wie hast du das denn gemacht? Ja, das war diese Waffe. Oh, nein. Nein, du musst vor mir rein. Ich drücke jetzt, ich springe nicht und ich drücke die ganze Zeit diesen Hebel gegen die Wand. Und wenn ich jetzt dabei springe, dann geht er höher. Den linken, den linken, den linken Knauf, den linken. Bist du ein Dreckschmuck? Jo, alles klar. Mach Atombogen nicht ab, weil du Mogen. Ich habe eine Klebewaffe. So, na, jetzt schieß mal ab. Deine. Jetzt. Mann. Da. Und hier noch eine. Vor gutem Messe. Mann, das ist so asozial. Im Namen eurer Magister. Ach ne. Blödmann. Ach du mit deinem doofen Schlang. Nein. Akko. Akko, fass. Jetzt fassen sie dich. Da oben ist was ganz dickes. Und zack. Nein, 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 nein. Nicht mein Schlang. Brauch da. Nein, ich muss aus dem Loch. Ich hänge in der Spalte. Ich muss aus dem Loch. Ich hänge in der Spalte. Ja, schön. Kannst du wieder deine O-Töne rausholen. Ah. Was? Moment. Moment. Einfach runterfallen lassen. Runterfallen. Runterfallen. Auf Dinger, die du. Nein, ich habe. Nein, ich habe kein Brötchen. Was? Kein Brötchen? Nein. Ich habe kein Brötchen. Weg. Nein. Wo bin ich denn? Ich kann mich nicht sehr sehen. Da. Ja. Nein. Ja, alles klar, Kaya. Ey, echt. Ja, lass Asche regeln, du Stumpf. Boah. Jetzt kriegst du die Waffe zuerst. Das ist doch. Junge, ich bin erst mal dabei zu überlegen. Nicht tot. Ja. Hier sind zacken. Pass auf. Ja, die bleiben schön bei dir da oben. Ich kann was nicht. Ich kann was nicht. Mann, ich kann nicht. Man muss nur warten. Ich kann nicht nach oben springen. Das ist so blöd. Man muss nur richtig ziehen, wohin man sich schießt. Ja, super. Nein. 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 Jetzt muss der Arsch da noch einen Wurm reinzirkeln. Was? Was machst du da? Ich weiß nicht. Hilfe. Warte, ich helfe dir. Nein, hör auf. Was machst du? Ich helfe dir doch nur. Nein, du hilfst mir nicht. Du hast was vor. Lass mich in der Spalte. Komm, hör auf. Wie gehst du da rüber? Warte doch mal. Nein, nein. Springen, 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 springen. Gegen die Wand springen, springen. Nein. Nein. Hör auf. Du Dreck. Du Dreck sack. Ich hab gar nichts. Doch. Du hast mich runtergedreht. Doch. Du hast mich gemutet, hast du gemerkt. Weg hier, weg hier. Ich mach gar nichts. Ich stehe. Jetzt kriegst du richtig Arsch. Was? 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 Du hast doch nicht mehr alle. Was macht der denn? Ich hasse das, ey. Ich find das Spiel doof. Da ist sie gar nix zu machen. Ja! What? Hier ist er! The Crown! Guck mal, man kann die Waffe schon gezielt irgendwo hinhalten. Siehst du das? Da ist dein Magazin leer, du Drottel. Nein! Äh, äh! Ich steck unter der Kiste! Geh weg! Das ist unfair! Kaya! Geh auf! Komm da rein, die Spalte, du! Die kommen da nicht. Schlange! Schlange, bei dir! Nein! Nein! Geh doch, Mann! Warte, ich schick dir noch mehr. Hier, Verschärkung. Da hast du auch noch. Nein! Ich komm hier nicht weg! Ich komm nicht! Lüner! Immer, wo man springen muss, verliere ich. Ist dir schon mal aufgefallen? Soll ich mal festkleben? Du blöd, Mann! Geh weg! Ich klebe selber fest. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Du klebst fest! Ich auch! Nein! Nein! Ich steh fest! Geh weg! Ah! Hier! Ah! Ich steh fest! Mach keine Schlange! Mach doch keine Schlange, Jörg! Oh! Jetzt Schlange incoming! Warte? Wo ist denn? Wo ist denn vorne? Tja! War wohl zu weit! Nein! Was macht ihr denn bei mir? Oh! Blöde Scheiße! Die victor ist schon turistisch. Mischer Marsch. Die victorie ist meine, Sir! Excuse mich? You fought very well. I give you that. But in the end, it was the better one who won! It was the better one. I can't get on this fucking- Now, look. I am a Pew! I Pew you! I give you Pew! I Pew you, you little Pew. Pew you fucking... Da, 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 da. Oh, das war die falsche Richtung. Oh, das ist in der richtige Richtung. Oh, das ist in der richtige Richtung. Oh, das ist, was wir tun werden können. Mit dir! Da, 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 da. Du bist in meinen Strahl hineingesprungen. Ja, richtig. Es ist ja schön, dass ich in deinen Strahl hineinspringen will. Kaya. Ja? Wir müssen jetzt mal aufhören. Mir tut der Hintern weh. Okay. Letzte Runde. Ich habe ja nicht so einen guten Gaming-Stuhl wie du. Mann! Ein Einzelzimmer. Warte, einen noch. Den jetzt. Wer den gewinnt, der gewinnt. Nein, nein. Okay, wer den nächsten gewinnt. Den, wer den gewinnt. Jetzt den. Okay, ab jetzt alles null. Nein. Jetzt gewinnt er. Wer den? Jetzt den. Nein. 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 Der nächste. Okay, jetzt. Konsequenz gewinnt. Er hat gewinnt alles. Was macht der denn? Nein. Lauf. Vormitt. Ich begrüße Sie In dem nun folgenden Video findet ihr die Highlights aus dem bisher lustigsten Abend mit Kaja und Paul. Kaja hat es perfekt zusammengefasst. So alle Spiele, die wir bisher hatten, zusammengenommen, sind so die Hälfte von FIFA. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei Lauf raus, Thomas, du Affe, geh raus! Das kann doch nicht sein! Was soll ich denn noch machen, diesmal? Aaaaaah! Wie geht's? Was machst du? Schreibt Paul Panzer. Und dann schreibe ich Fußball gucken, du nicht? Nee. Wieso, was los? Ich sag EM, du Vogel. Einen Tag später schreibst du mir, Deutschland 1 zu 0 gewonnen, Mats Hummeltor-Schütze. Du siehst, ich bin informiert. Ja, da hab ich auch immer den falschen Dings gekriegt. Anyway, also du guckst gar nicht, ne? Nee, und darum hast du dir jetzt auch wahrscheinlich ausgesucht, dass wir Fußball spielen heute. Das ist eine bodenlose, unverschämte, das war dein Vorschlag, du Sack! Wer sind denn die BSC Young Boys? Das hört sich an wie ein Strip-Club. Ich glaube, ich spiele Indien. Ich mach dich nass mit Indien. Das wird gefallen, ich werde... 5... 5 Goals, ich werde... Oh, das ist nicht wahr. Das ist... Ich bin sorry. 4 Goals? So, jetzt gibt's auf die Fresse. Pass auf. Jetzt geht auch der Controller. Zack und Tor! Weißt du denn, welche Taste was macht Paul? Nein, aber das finde ich jetzt raus. Ich begrüße Sie. Wie nehme ich dir denn den Ball ab? Kurz deine Einschätzung. Was können wir auf heute alles... Auf dem Flügel ist überhaupt kein Platz. Auf dem Flügel ist das... Paul! Er ist richtig stark im Anschluss. Nein! Nein! Falsche Richtung! Das war nicht gut. Shit! Wo ist... Wen... Wen hab ich denn? Den da. Warum? Das war nicht gut vorab, er steht... Nein! Ja, Junge. Noch Fragen? Ich weiß nicht, wo... Was? Kaya, was machst du? Hey! Foul! Gelbe Karte! Nein, wieso denn? War doch mal gestiegen. Gelbe Karte, du Schu... Ach, der ist dann gekauft, der Schiri. Rüh stören. Tor! Tor! Nee! Oh, ne Railgun. Ja! Mann, nein, nicht da hinten! Du blöde Arsch-Taste! Ich weiß noch nicht, welche Tasten ich drücken muss. Ja, das ist hier so eine Light-Version. Das funktioniert ja alles nicht. Er schmeißt ja sich schon wieder hin. Ich verstehe das nicht. Ja, Paul! Paul! Rote Karte! Letzter Mann zum... Nee, das Basketball, ne? Alter. Das ist ja... Ey, wieso erst gelb und dann rot? Voll der Bug. Weil dein... Meister ist Pedro Pascal? Agent Penja. So, was ist jetzt los? Wer bist du? Du bist Türkei, dann bin ich Deutschland. Wartest du? Ja, okay, komm. Ja, okay, komm, ne? Ja. Ja, super. B ist Schuss. Ich habe die ganze Zeit... Kann das sein, dass wir jetzt beide weiße Trikots... Ich darf sie eigentlich auf dem Haar holen. Oh Gott! Scheiße, ich spiele nur noch Torwart. So, ich mache jetzt alles mit dem Torwart. Weil der ist rot. Sie sind natürlich bereit, dafür zu kämpfen, alles abzuholen. Aber andererseits... Tor! Jetzt, wo ich weiß, wie man Torschuss macht. Bist du das? Du hast gelb! Gündogan hat gelb! Ja, aber Gündogan spielt für Deutschland. Ein Vogel. Was? Ganzhaft? War ich das? War das einer von meinen? Boah! Zack, Sepp Mayer hat ihn. Sepp Mayer! Frühstören. Sagte dein Vater auch bei der Erziehung. Ja, der war gut. Boah! Hört jetzt mal an. Das kommt nur. Banu, Anu, du. Boah! Sepp Mayer! Was? Was? Ich hab doch nicht... Ja, ich mach... Mann! Da geht gar nichts rein! Wenn ich den Sepp Mayer nicht hätte. Ich sag's dir. Ja, aber der hält ja alles! Das gibt Einwurz. Ja, das ist alte Schule. Nur weil er eine Regenbogenbill... Was? Was? Regenbogenbill. Wer ist denn eine Regenbogenbill? So, falsch! Ja! Wer für gelb! Lucky! Schwalbe! Kann mir jemand... Du sollst doch passen, du Vollidiot! ...besetzen? De... Ah! Ah! Was macht der? Ah! Andere Richtung! Warte! Scheiße! Ich hab eben die andere... Weil... Nein! Hey! Mach was! Boah! Mann! Boah! Was für ein Punkt! Elf Meter! Rote Karte! Yes! Wegen was denn? Weiß ich nicht. Kommt die Wiederholung. Achtung! Oh, guck mal! Du hast mich... Du hast mich... Da war gar nichts! Wie bummsig dich! Was hast du gemacht? Boah, ist das bies. Hä? Da geht er wieder zurück? Nein! Ich hab... Blödes! Ich... Ha! Hält das! Ja, jetzt! Ja, da! Du hältst ja alles! Das nervt! Ja, der Sepp Mayer, trotz seinem Alter, unbezahlbar, der Mann. Hau mal ab mit einem Sepp Mayer. Und da läuft der Rubresch. Was macht denn der Computerspieler, der läuft einfach neben dir her! Was ist das denn? Soll ich dir den Weg freimachen? Guck, ich bin immer hier, immer an derselben Stelle. Und ich weiß nicht, wo ich den Ball hinbrettern soll. Foul! 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 Ja, keine klasse Tackling, das hat er gesagt, du Vogel. Fängt gar nichts ab, lass es doch! Mann! Mich regt das auf, dass das... Nur am Rating. Die spielen wie in echt! Jananulo! Jananulo! Klingt wie ein Bademittel. Hör mal auf, ja! Tor! Tor, du Arsch! Guck mal, der macht gar nichts, der Computerspieler. Guck dir einfach zu! Das gibt's gar nicht. Das kann doch nicht sein! Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hat die Balle gehoben. Was? Oh, klasse Pass. Oh, den will er nicht hergeben. Den macht er rein. Den macht er rein, das sieht man. Den macht er rein. Was macht er rein? Du... Du... Oh, Cickelulic! Marienplatz! Ja, vielleicht... Nein, wie bin ich Torwart? Lauf raus, Torwart! Du Affe! Geh raus, ja! Was soll ich denn noch machen? Ich mach... Der Trenn! Der Trenn! was hast du ich habe irgendwie haben rausgerissen mein controller kabel warte warte was soll ich jetzt machen eine flanke was soll ich jetzt machen sorry für diesen knossi anfall jetzt bin ich wieder von der selbst situation täglich grüßt das könnte er macht aber nicht es ist doch kacke kommt die nach hause kommt kommt da nichts geht was macht er mit dem scheiß ball weg ach man kann man einmal ein tor schießen bitte ich krieg es noch nicht mal in diesen deppen sequenzen hin und tor zu schießen das spiel hast mich okay ich schrei in dieser partie schrei ich nicht einmal ok ok was auch das geht ganz einfach wieso das denn jetzt macht er ein tor und kaya liess habs vor wo bist du ja ja Nein! Die helfen mir. ich liebe das spiel macht doch einen abstoß paul das bringt nichts dieses rum abgebe hier das kannst du es nicht ich finde das spiel scheiße ist super grüßmann immer deine jetzt ich würde ja so gerne mit einer knarre in fuß schießen ich hasse dich ich hasse fußball ich finde fußball so scheiße ich wollte auch nicht spielen ich wollte auch nicht du musst noch ein tor schießen wird es besser glaubt mir du mit einem ap man das sind die das sind nicht mehr die franzosen ja egal da ist immer ein mappel bei hier spielt kann ich anstatt diesen freistoß einfach den mit dem blauen t-shirt die fahne auf die rübe hauen ich weiß gar nicht was ich mache weiß dass jemand geben doch den ball wenn es gut war man das doch scheiße ich weiß es doch nicht wo man sich drauf drückt damit ich den haue ich nehme an rot ihm ist egal wieso hast du jetzt in schweden ich verstehe das nicht ja wo die ich bin wo die was hat er denn am kind eben noch eben noch gegessen eben noch den döner gegessen scheiße ja mund nicht abgewischt scheiße absuppe was da kommt der mappe es ist ringbuch mappe muti ist wieder ist sehr gut die richtig gut die es sollte interessant da 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 ringbuch mappe ist unfähig musste mich gerade tot lachen ja wenn man mit dem ersten sieht man besser und was für ein gefühl ist das besser als ein orgasmus oder paul zieh die hosen hoch in den unterschieden jetzt gelingt die führung guck mal wieder rein was du sag ich weiß das hast du hauptsächlich nein wirklich nicht dann kurz vom 1 0 ich weiß nicht wo ich drauf drücke was muss ich dann machen das war ein abbraller ich hätte reingetonert nein du siehst doch der wenn der system wenn das eingreift hier paul für den gameplay und für alles andere seitdem du auf twitch bist ja wo bist du ja 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 alter fünf sekunden im korps und schon wo bist du der warte ich helfe dir warte du bist ja du hast mich ein bisschen überfahren nein du bist gefallen wo bist du oh tschuldigung tschuldigung siehst du mich was machst du denn da ok fahr du mal vor ich nehme die seilrutsche willst du doch deathmatchen nein die sekte heißt nahrung die jagt sie aus ihren häusern und zwingt sie sich der sekte einzuschließen wer sich weigert tja oh hier steig ein steig ein die flieger oder was ja geil super ist er wie in real life mit dir ich bringe uns also jetzt zu falls end kaya bist du noch bei mir ich bin da ich finde es sensationell wie du fliegst und alles stimmt also falschen bräuchte man ich bin total beeindruckt ja warte mal ab bis ich lande ich bin raus war eine super landung bisschen weit weg vom ziel aber ja 200 meter kann man laufen akklimatisieren ja so keine ahnung was wir machen müssen ich glaube wir müssen die gegner ausschalten schalten ja das kann man doch gut oder das mal profis ja aber wir müssen halt taktisch vorgehen sondern auch da da schießt schon jemand was ist das für eine taktik mann ich mach nix und werde hier von dem hunde angegriffen vom wolf ich glaube nicht auf den hund schießen paul auf wen schießt du gerade paul ganz cool bleiben ja ich bin da ich bin da hi grüß dich weißt du denn was wir jetzt machen müssen ich glaube wir müssen mit dem dude hier reden wir haben ihn jetzt gerade hier befreit bitte ich meine familie braucht eine hilfe ja tut mir leid sollten sie viel leise gefühlst du sie leist nicht mein ding ja ich bin übrigens nicht ok bitte zu gott dass die gesichert ist wenn auch langsamer als im großteil des landes landes paul er kann mir die mission nicht geben wenn du den abknallst ne ich hab ich bin aus versehen an diesen knopf gekommen aber der ist er lebt ja noch klar so paul wir holen uns jetzt den hund ich bin mit dem auto wo in welchem auto mann setz mal zurück ich dachte du wärst da vorne nein setz mal zurück so jetzt kann sie willst du da oben bleiben ja weil du riechst komisch hier ist ein lkw willst du den A halten ja den können wir platt machen ok stand mal ok mal gucken was der so dabei hat kannst du mal hinten gucken was ist das denn geiles mein truck haben wir geplündert wo fährt paul ok gut wir fahren mit dem ding weiter ne ist kein problem bist du hinten drin ja ich bin drin ist kein problem fahr weiter ja wieso brennt das hier kann ich nicht irgendwas billiges ja paul ja paul lebst du ne ich bin tot weil der lkw explodiert ist weil du war feuer gefahren ne ne e und f so ich fahr jetzt komm jetzt komm jetzt wieso kann ich nicht irgendwas billiges jetzt kann ich mir eine mütze kaufen ach so scheiße läuft grad so ok ich warte was machst du da kaufst du irgendwas was hast du da gekauft was ist denn das eine bowlingkugel auf dem kopf ich hab mehr geld hatte ich nicht what the fuck is that ja es ist nur eine billiard es ist eine maske von einer billiardkugel weil ich mehr geld nicht hatte ist die corona sicher hallo wollen wir die wollen wir die du siehst tatsächlich besser aus als vorher wenn du schießt dann unterbricht die mich ja ok hör mal kurz auf zu schießen bis ich die mich ich kann nicht interagieren scheiße willst du die sekte richtig sauer machen dann hol mir den bitwinmacher zurück zeigt der sekte dass wir nicht so leicht einknicken und gibt den leuten hier einen grund zum feiern er wird bei einem getreide what the fuck is that ich brauche hier Hilfe bitte hilf mir werden wir angegriffen Kaya irgendjemand hat die Hütte abgebrannt Paul ich weiß nicht ob es zur Mission gehört oder nicht keine Ahnung es ist vielleicht so ein Missionsziel mhm hast du ist alles wieder ja ist alles wieder gut ich bleib hinten warum setzt sich denn da hinten ja ich hab Angst dass du vorne alles abfacke müssen wir die Mission für den Hund nicht auch erst annehmen kann ich ihm nicht ernst nehmen mit diesem Eierkopf ich hab das Gefühl ich werde von einem Alien entführt was hast du für eine Buhme auf was schießt du Paul es ist niemand mehr da Paul ok oh hier ist ein Truthahn äh nicht ein Truthahn wie sagt man ein V wow ich bin schon gestorben scheiße was war das Mann du bist nur du bist nur ein Truthahn geh weg wo ist was hab ich gemacht F ist treten ne geh weg Mann wie schieß ich muss laden warte mal auf du Sack der hat mich heute angegriffen die Beach wo bist du denn erreiche die Obstplantage was ist denn hier oder so aber dann ist das Fell nur noch die Hälfte wert ok ich glaub einen müssen wir noch wow Paul du machst das richtig gut ich bin beeindruckt ja ich bin C4 Paule auf gehts ich hatte wo bist du Kaya ich sterbe gerade ich weiß nicht warum irgendwas ist in die Luft gesprengt Warte Kaya darf nicht Auto fahren wieso ist unser Auto explodiert ja der hatte irgendwas das Feuer so komm jetzt Paul steig ein ich hab einen Traktor was anderes haben wir gerade nicht wir sind auch in irgendwas drin verweiter wir sind zwei Traktoren komm hier Landwirtschaftssimulator oh nein das ist ein Tank hat nicht drauf schießen Paul pass auf ist das ein fucking Tank ok ok ist geil immer Paul immer da wo du bist sehe ich Feuer und einfach nur Mayhem nein das ist ein Zivilist ja und warum überfährt der komm wir nehmen hier den Geschützt den Geschütztturvenwagen komm ich seh was wer bist du denn sag mal spinnst du wo was kann oh fucking führte keine Unschuldigung jetzt ist der Wagen hinüber ich ja direkt vor dir ja ich weiß nicht wer unseren Wagen in die Luft gesprungen kann das keine Ahnung die machen ja was wir wollen mittlerweile naja das ist doch ohne ne ja das kannst du doch vergessen mit dieser scheiß MG da fucking kack mich was ist denn hier ist doch wieder los dankeschön zack Helikopter und weg hier der ist doch kaputt nein das geht Kaya? ja der ist der funktioniert nicht warum gehts hier? wir müssen den der einliebe frei ja das weiß ich aber wir schießen auf uns ja ich weiß dass es Mörl ist hör jetzt auf ach du ach du ach du da kommt irgendwas geflogen ja ich bin grad bei dir Paul rettest du mich? ja was war das denn gerade? die schießen Mörser kannst du mich nochmal retten? ich bin ja gar warum dieser Mörser ich lieg doch da Mörser da ist noch ein Air dazu was? was? was hab ich gesagt? ich wills nicht wiederholen ne hör mal ich bin hier abgelehnt ich hab den Mic auf dem Ohr ich hör dich meine Mutter äh ich hab hier tausend Leute auf dem Ohr ja ist gut steig ein wo bist er? ich bin in dem See ich bin in dem See und ein Bär schwimmt hinter dir her ne ne stimmt das wirklich? nein guck mal zurück ich kann mich nicht umdrehen ich hab Angst hilf mir der ist weg der ist weg alles gut Aaron aber wir werden uns ja jetzt nicht ausweisen müssen oder? nein was ist denn hier los? achso ich wurde mit Paul mitgezogen ey dass wir nicht explodiert sind willst du den willst du den retten Paul schnell? wen? den das ist dafür dass du die Tankstelle in die Luft gesprengt hast Paul ja und was ist das für deine Frisur? ich höre was mach mal langsam das gefällt dir ja das brauchst du voll in die Klöten ne? schau gib mir dein Kaffee aus Wir sind jetzt auf derselben Map. Ich seh dich links. Und wieso bist du denn am Arsch der Welt? So. Was ist das? So. Winkelpause. Wir sind alle im Weg hier. Jetzt geht's los. So. 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 Ich habe einem anderen typ nachgekuckt so bescheuert Jetzt habe ich die polizei und den paula mark Lande mal da bekommt ihr hubschrauber wo jimmy leck draufsteht hey lande hier durch diese doofen nein ich will nicht das auto ich will hubschrauber was abgekriegt aber jetzt sucht sich die polizei was sammeln was ich will überhaupt nicht sammeln hast du auf mich geschossen das kannst du ignorieren wenn das so wer schießt denn da auf mich das doch nicht normal scheiße das ist aber weißt du was doof ist jerome ich habe die ganze zeit die polizei am arsch ja so ist das im echten leben wenn man eine schießt halt mal an war da kein zebra streifen leute was ist denn wenn ich hier so ein dollar zeichen sehe also ja das sind das ganze ignorieren das weg weg steig raus zielen ich ziele nicht wo ist das rad man jetzt suchen wieder die polizei das ist doch nichts kann man nicht mal in ruhe den paul abknallen ich habe bin unbewaffnet duschen was hast du da für ein zukunftsgerät hör doch mal ich hab 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 an jetzt suche mir die polizei das ist doch nichts ich hab das richtige spielzeug für dich paul was was kommst du denn hier an das ist doch nicht normal der hat mich gleich hast du dem jetzt ein panzer gegeben sirom nein weißt du von wem du bezahlt wirst ich hab gar nicht ich weiß gar das kann man ein panzer haben du hast den panzer gegeben wo bist du klar ja paul was im sirom du hast immer nein ist alles gut ich habe kein panzer ich bin hier am strand wo bist du denn also sucht die polizei jetzt nach paul nach mir nach hier was machst du da paul was habe ich denn jetzt gemacht wieso sind die hinter mir her wieso sind die hinter mir her so was habe ich falsch gemacht nein ich mag die mission ich finde das so lustig ich finde es auch mit der polizei geil so totaler chaos totales chaos du bist echt schizophren hat gerade eben noch das alle scheiße bei der polizei und so finde ich gut die polizei wenn die schießt finde ich echt gut ja das mit dem panzer war eben lustig dass die alle weg gedonnert ne ist total scheibe panzer bin ich gut richtig gut muss ich sagen muss ich jetzt auch die polizei machen haben sie gut gemacht finde ich gut nein finde ich ein gewähl was was war das denn was war das macht ich kriege anruf ey mein handy hat geklingelt du kannst dich einfach drüber fahren manno bist du jetzt tot oder muss ich nochmal ja fahr doch nochmal drüber super mach doch den istambuler was gibst du oh ja gib mir was so was hab ich was hast du gemacht danke übrigens so was habt ihr jetzt schon wieder für den dreck gemacht ich will ja mein eigenes spiel machen komm schon paul crazy bauen was hast du denn dafür ein bescheuertes drecksgerät hör nochmal auf oh nein das hast du jetzt davon du sagst steige ich in dein blödes ketka ein du was was war das denn jetzt was war das warst du das gib mir mal auf und zurück ja das war ich das letzte was du gleich sehen wirst wird was gelbes sein was ich ich finde dich doof ehrlich du hast keine subs verdient geh weg gib mir deinen kaffee ich muss irgendwie auf den flughafen oh danke jimmy das echt lieb von dir da jetzt sehe ich ihn wieder moment ich komme wieso siehst du mich denn immer und ich sehe dich nicht weil ich auf die minimap gucke im Gegensatz zu dir AKIt WISO WIGSEN now Wieso war denn jetzt wasser da du wieso Wieso W scenario wo ist duties aus wo ist habe schnauze voll was machst du was machst du denn du was machst du denn zur streche � uh Hahahaha Au! Oh, der... ...Sel! Du bist ein... ...Heeeee! Help meee! Find die Map doof. Ach komm! Die Map... Ja! Wo ist denn der? Da bin ich! Da Schneebauch! Horst? Ja! Steig hier ein, steig hier ein unter mir! Bleib drin, warte! Ey, wie soll ich denn... Ah, warte, warte! So, wo ist Kaya? Wo ist der Kaya denn? Ich frage euch gleich, wo ich bin! Wo bist du denn? Da unten bist du! Zeig euch gleich, wo ich bin! Ich komme! Was ist denn da jetzt? Bin ich wieder froh, weil ich ausgestiegen bin, oder was? Du bist ausgestiegen, Jim? Ja, Jimmy, hau ab! Ich will dich gar nicht... Hier, du Besser! Hier und deinen Bananenumschrauber! Hau doch! Nimm die Türken mit! Tschüss, Jerome! Scheiße, jetzt kommt auch noch die Polizei! Nein! Geh doch mal weg, hör auf mich anzurufen! Mah, die Polizei sucht mich! Nein! Nein! Wer war das? Hör auf! Boah, du bist so ein... Du bist... Du bist so ein... Welchen Level ist da? Na? Na, ich hab schon drei... So! Boah, schnell! Was? Ich hab mal auf dem Paus verhelfen! Boah, voll zerschossen! Ich hab so... Was hat der denn? Ich hab so ein Stealth-Modell! Bist du nem Hubschrauber drin? Ja, wir müssen wieder in den Bananenumschrauber, oder? Ich bin so ähnlich! Was machst du da?! Alter, du hast ne Panze! Du blöder Sack! Ja, und was mach ich jetzt?! Du spielst doch alles im Spiel raus, blöder... Du bist glibly mal am Spiel? Ne, du hast mich weggedonnert, du ist slightly overpowered! kann man das denn eingeben spieler ball lichter schimpfwortfilter tut es ist da ein buch da steht nichts was man hier machen muss wo ist denn die kollisionskacke hier hallo ja dann fang doch an ich fang an ich fang an das war ich jetzt ach so wir spielen gleich das war hole in one ja ist auch gut beruhig doch jetzt noch ja man spielt gleichzeitig man sieht aber auch die werden ist an oder ja ich sehe deine bälle ich finde sehr beruhigend was denn dieses spiel kommt runter man denkt über das leben nach you come down comes down ich liege in irgendeinem scheiß busch ich finde dieses spiel sehr beruhigend nein nicht noch mal sehr beruhigend guck mal ist das super du hast zwei steigert ich guck mal du hast zwei von 14 auf zwei ist es heute nein überhaupt nicht so nur die scheiß waren sie sind das wo ich weiß gar nicht wo diese scheiß fahnding liegt ich habe doch gesagt du musst drücken ich drücke c du willi ich kann aber nur einmal ich komme nicht ab ich komme nicht abholen kann ich dich nicht wegkicken vielleicht sollten wir irgendwie tanken spielen komm jetzt was kriegen wir hin das ist doch renntner sport bist du wieder du hast es geschafft ja natürlich habe ich nicht kommt runter man denkt über das leben nach einfach rechts rum oder nö wieso machst du das geschafft ich spiele einfach rechts überband das ist doch besser oder oder übersehe ich habe ich das nicht verstehe jetzt nicht diesen kurs aber du kannst du mal ganze sätze hey was hättest du das nicht wenn du mehr als einen gedanken im kopf hast oder es ist ich freue mich einfach auf die nächste runde weil da werde ich richtig mich anstrengen wenn du in die löcher kommst dann bist du draußen dann bist du hier ja ich kenne das gewerbegebiet miss oh gott wir können die story glaube ich nie erzählen nein nein nicht schon wieder zurück verdammt ich finde dieses spiel sehr beruhig scheiß ist das habe keine ahnung wie man hier weiterkommt das wäre hole in one gewesen gerade zieht jemand ein pflaster ab ich habe eine minute ist schon war da war mir das sollte es wirklich mal eine anstatt der neue rechner spendiert zu lassen mal über eine lunge nachdenken übrigens lunge de ist immer noch nicht was hallo hast du gemutet du musst die geschwindigkeit des bandes ein kalkulieren und dann in einem kleinen bogen und daneben liegen und daneben liegen und daneben liegen wollen wir noch eine runde ja ja machen aber die neue karte machen ja grusel komm du magst du grusel oder grusel ok jetzt bin ich aber mit konzentration ja diese einfach die map ist einfach also wenn du das nicht packt paul ist einfach ich sehr einfach die map ist einfach sehr einfach 9 über paar hattest du schon mal ein shitstorm paul ich habe verstanden jetzt liegt er da oben das gibt es doch nicht wo ist denn das wo ist denn die stung ist wo bist du paul hier oben auf dem tisch du bist oben auf dem tisch ja was machst du da du musst auf die bahn auch kam das doch bescheuert schrei wie kommen wo ist denn das loch ja jetzt kommt dieses blöde wägelchen schnell weg hier das wägel macht ja gar nichts zu wägel ja scheiße 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 alles gut alles gut guten tag hast du mich vermisst ja total das ist super oder so macht man das nicht macht man nicht ach du musst auf die stange drauf du ich glaube ich habe seine klöten erwischt ich bin in diesem hirsch reh nein geist und diesen fc köln ding da das machst du da hinten falsche richtung komm jetzt blödes kack game ja ich bin doch noch im game oder zwei doofe eine strategie welche strategie denn wir kommen hier nie wieder raus das weißt du aber oder doch jetzt warum bist du denn hey warum bist du denn dran wo bin ich denn mit drei du musst drei ich habe es nicht doch ich habe es doch ich habe es doch nein ja ich bin wieder drin wenn ich fest mache will er nicht rein wenn ich zu lasch mache geht er nicht rein reden wir noch über das ding rein was reden wir noch über das golf wieso geht denn die lampe hier hoch und wieso haben die von dir hier eine statue aufgebaut ist das freigegeben hey kapier nicht genau wo das ding jetzt ist wo ist denn dies ich wollte schon immer mal unter mir durchspielen so ich versuche mal hier durch den was ist ein bär oder so ja das stimmt ja ja nein wo kann man das denn eingeben spielerball lichter schimpfwortfilter zu tolltipps jetzt ist da ein buch da steht nichts keine ahnung was man hier machen muss jetzt ist da ein buch wo ist denn die kollisionskacke hier wo ist das geht wohl nur in der lobby paul was machst du hey gut 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 du schaffst es noch 10 sekunden 9 8 paul du schaffst das 7 6 paul du schaffst das 5 paul ich glaube aber nicht 3 paul ja und 2 kurz das tut mir aber leid noch eine runde was noch eine runde was können wir noch eine runde ja aber mit kollision leute ich glaube ich pack die scheiße nein nein kommt zurück kommt zurück nicht nicht ich mag das nicht mehr tut mir leid und du weißt wenn ich was nicht mehr mag ist es so tut mir leid du hast jetzt all der vier gedrückt das nervt so jetzt bin ich hier in irgendeinem holz ding guck dir das an ich guck's mir tatsächlich an weil ich darf dir jetzt zuschauen weil ich habe ja schon eingelogt ne nicht ins wasser hey wie hast du das denn abgekürzt das war richtig cool ein cooler typ ist doch scheiße das scheiß ding ach wie kürzt man das denn ab ich dachte der zeigt das eine stunde bis dem wasser bis ich warum fall ich immer rein in diese scheiße guck jetzt bin ich im bunker wieso machst du auch zweimal denselben fehler du lernst aber nichts ich mach den sogar dreimal was ist da geht da nicht rein geh ins wasser schnell du verbrennst da ist noch eins falls du hunger hast geh ins wasser schnell ich esse es nein der läuft einfach ins feuer der heute bin ich ganz schmuzi ist eigentlich das gegenteil von salty schmuzi ja schm ein sweetie heute bin ich sweetie Paul geht dir auch auf weihnachten zu heute ist der 21st ich werde dich erinnern in dem moment wenn du salty wirst nein werde ich nicht das heißt wenn du heute sweetie und nicht salty bist können wir nochmal fast mal ausprobieren Kaja wie gehe ich in die rocke ok lass uns mit forest starten wo bist du denn ich bin im flugzeug ich bin jetzt gerade erst abgestürzt ja ich komme zu dir ok dankeschön sind wir denn im gleichen flugzeug abgestürzt ja wir sind doch wir haben doch einen gemeinsamen sohn hallo siehst du mich guck mal hier ich stehe hier grüß dich Paul bin ich angezogen Achtung Baumfeld wo willst du das Lager machen ich habe nämlich schon zwei Holzdinger hier boah bist du du bist ja richtig gut das kann doch nicht hallo wo soll ich dich hinlegen äh wo soll ich was hinlegen Paulchen verhungert gerade Paulchen du musst was essen ich habe nichts Freundchen guck mal warte dann gebe ich dir was du bist wie meine Mutter du musst was essen und dann ist nichts im Koffer geh mal ins Flugzeug zurück du müsstest eigentlich da viel zu fressen haben komm mal mit komm zurück Paul wo bist du denn hier am Flugzeug komm mal mit du läufst in die falsche Richtung grenzwertig wo bist du denn hier hinter dir da da hallo komm mal mit warte boah dreht sich das schnell diese Maus ey macht mich wahnsinn ja ich habe mich so schnell gedreht ich weiß gar nicht wo ich bin mein ganzer Arm ist voll Ketchup lass uns doch hier wo bist du siehst du mich komm mal zu mir das sieht doch nach einem schönen Lager aus oder ja aber ich habe hier bei mir unten ist im Kreis so eine leere Leberwurst das heißt ich muss irgendwas essen oh ein Kaninchen wenn du das Kaninchen platt machst das wäre schon mal ganz gut ne das mache ich nicht ich glaube hier ist eine gute Stelle um einen weißt du wir haben hier was wir haben hier frisches Wasser wir haben hier super Aussicht komm mal her Paul wie kann ich das essen hör auf mich nein ich habe was gemacht wofür ist denn das Funkgerät so hallo Lieferant wir brauchen was zu essen wo bist du was machst du hast du Spaß ohne mich ich wüsste mal gern wer das synchronisiert hat komm mal mit ich habe was zu essen komm kommen sie bitte mit hier komm mit hier habe ich ein Lagerfeuer jetzt fängt es an zu schiffen jetzt kannst du essen geh mal da drauf und drück auf E oh oh ich habe Shikori gegessen ich habe Shikori gegessen ich habe Shikori gegessen was? kommen sie mal bitte siehst du das hier? ja da kannst du dich jetzt aufhängen wenn du guck au was? warte ich werfe dir den Tennisball zu guck mal her wo bist du? kann das sein in einem Mikrofon ja Achtung cool oder? oh raw leg komm mal das essen wir ähm leg mal ab hier das gute ist wir leben noch das ist ein gutes Zeichen das sind das machen das heißt dass wir Pro-Gamer sind was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch die erste Nacht die erste Nacht überleben schafft nicht jeder das hat mir meine Frau auch gesagt du guck mal ich habe was nettes zu essen gemacht schau mal was ist da? geh da nicht rein geh ins Wasser schnell du verbrennst schnell ins Wasser da da direkt weiter gut was bauen wir als nächstes? was ist passiert? hier ist ein Mann ja hier ist der Gollum komm schnell zu scheiße ja was denn? komm schnell zu mir warum schreit der denn so bescheuert? weil wir auf seiner Insel sind der was auf der ist das seine Insel? der haut mir auf den auf den Fuß weißt du ich habe hier meinen Avatar der ist so unsportlich ich springe hier über ein Ding und dann hat er schon wieder Knöchel verstaut komm doch zu mir ich helf dir mit allem ich bin doch dabei Kaja aber meiner läuft langsam weil ich kein Ding hab ich habe hier so eine Turnerin dann komm zu mir ich habe eine Turnerin bei mir so eine Turner wow und der Mann von ihr und noch einer ey die sind zu dritt ich habe hier eine Fußballmannschaft auf die Kaja Kaja was denn? nö gar nix weißt du du bist unten am pflücken und ich habe hier so eine Fußballmannschaft bei mir hol die doch her ich helfe dir ich mach die platt au komm zu mir Paul renn zu mir du siehst doch meinen Namen das ist doch Assi du hast so einen God Mode und ich bin hier tot der Kaja sitzt wieder da in seinem Center Park und ich äh muss mich hier mit den Nackten rumschlagen siehst du äh siehst du äh siehst du äh siehst du äh siehst du was ja was denn? was sehe ich denn? hier war ne Sau au nein ein Nackter komm zu mir Kaja hier war ein Nackter komm doch mal zu dem Flugzeug bitte und halt die Nackten weg die Kimmung stirbt wie viel sinds denn? Kaja ich lieg mit dem Gesicht nach unten in der Erde ich seh nicht wie viel sind hier war ein Nackter der hat mir sein äh ich find das Spiel echt schön aber diese diese Penner diese nackten äh äh au da die sind von der GEZ glaub mir also hey grüß dich Paul ich war hungrig gerade hast du was zu essen? ah ich hab was zu essen warte nein ich hab was zu essen was bist'n du für'n Sack? hey du das aber du hast das Fleisch vergessen brrr da ist noch eins falls du Hunger hast aah nein geh ins Wasser schnell ich esse es mann reiße belebe mich doch wieder sonst komm ich doch wieder in diesem Drecksflugzeug ich komme warte wo bist du halt hier Sekunde 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 was hast du jetzt gemacht? die belebt dich wieder ja da rein guck mal die Hütte hab ich gebaut und jetzt drücken wir was hast du da in der Hand? hä? ja das hab ich wollte ich das ist ne Überraschung zieh dich mal aus komm ich mach jetzt hier ich will hier mal weiter kommen das kann ja nicht sein dass wir hier schon ne Woche hängen und wir haben nen Rehkopf vielen Dank Scherzkecksmonster ihr seid nicht dumm ihr seid nur unwissend nein nein ich glaub du hast dich grad selber widerlegt ich glaub du hast dich grad selber widerlegt der läuft einfach ins Feuer oh hier schreibt einer trinkt die Cola im Inventar ja vielen Dank für den Tipp sag mal wie lege ich denn was auf das Feuer drauf? also du gehst mit i auf dein Deckchen auf das Fleisch und dann auf das Fleisch dann rüstest du das Fleisch quasi dann hast du es in der Hand und dann drückst du mit was hast du denn jetzt gemacht? ich hab's hingelegt warte das Feuer nein das E das Fleisch das könnten wir machen wir könnten mal zuerst das Fleisch legen und dann das Feuer drum herum das ist ne super Idee von dir hör mal auf jetzt wo ist mein Fleisch jetzt hin? das ist unter dem Feuer siehst du es nicht ich muss es nur zu Ende bauen das ist ich glaube das funktioniert warte mal kurz was hast du denn jetzt gemacht? hörst du mal auf die Sachen kaputt zu bauen wie ah ich hab das Fleisch wieder das kann ich wieder von vorne anfangen nein hier ich hab Holz du Kackspinne ist die ekelhaft kann man die essen wir brauchen Blätter Stöcke und Steine und mach's nicht wieder kaputt dankeschön das ist sensationell hör doch mal auf das kaputt zu machen Entschuldigung tut mir leid ich wollte das Fleisch drauflegen und habe auf die linke Maustaste gedrückt guck mal ich hab einen Griff in der Hand was ist das? ich hab einen Griff in der Hand das ist ein Vogelkorb hier kannst du es haben froh Weihnachten das liegt von dir nicht linke Maustaste drücken nein mach ich nicht okay nicht die und nicht ins Feuer geh schnell ins Wasser ich hab da noch ein Fleisch in der Hand wieso kann ich das nicht aufhängen wieso kann ich das nicht aufhängen geht nur große Fleisch okay danke Kuss geht raus du musst zum Beispiel Paul du musst lernen wenn du ein großer Streamer wirst du bist ja auf dem besten Weg dahin musst du sowas sagen wie Liebe geht raus das ist ganz wichtig wer geht raus? Liebe geht raus ich geh gleich raus das ist so die Gamer Sprache Liebe geht raus Kuss an den Chat gibt es sowas Leute? Kuss an den Chat? Küsst den Chat oder sowas? ich hab es vergessen Entschuldigung Kuss auf die Nuss das war's äh sollen wir ein Rabbit Cage bauen? geh mal mit Kaya schlafen sonst kommen noch die nackten okay komm wir gehen schlafen warte ich bau noch ganz kurz etwas sobald die nackten kommen die nackten? auch wenn man schläft? ja bau das mal da drauf dann können wir ja wir können uns was an hallo hallo so jetzt haben wir wieder ey das ist die vierte Nacht die wir überlebt haben wir werden Pro-Gamer ich sag's dir so lange hat noch nie jemand überlebt glaub ich nein aber weißt du was mich freut Paul? das Spiel gefällt dir ich spür das nein doch du gibst es vielleicht nicht gern zu aber dir gefällt das Spiel ich merk's ja ja hast du denn dich jetzt an Fassmophobie ein bisschen gewöhnt? mhm weil die Leute haben's gefeiert auf YouTube wir haben ich hab über 600 Kommentare ich glaub kein Video hat 600 Kommentare auf auf meinem YouTube-Kanal die Leute rasten komplett aus tut sich gar nix wenn ich auf die dreckslinke Maustaste drücke was mit deiner Dreckslederjacke hier geht das funktioniert nicht das ist ein Bug komm mal mit auf hinter mir her ne ne ich bin bei dir bei dir kennst du den Weg? äh nein ich hoffe ich hier ist so ne Art Waldweg ich hoffe der führt zum Strand ich bin mir nicht sicher das ist ne riesen Insel mittlerweile weiß ich nicht mehr ob ich nicht alleine besser zurecht käme ach komm ich will mit in den Schrank warte hey gehst du mal rein geh weg hör doch mal auf lass mich rein du Blödmann wenn jetzt der Typ kommt geh weg mach den kleinen Schrank auf nein mach den Schrank auf ich will da rein hör auf such dir einen anderen Schrank Hallo YouTube hier ist Kaya Zockt ihr seht jetzt gleich Dead by Daylight mit äh drei sehr hübschen Menschen Gnu, Sintika und Hinka und Paul Panzer es war ne super geile Runde es hat riesen riesen Spaß gemacht sogar mit Paul und ich würd sagen das ist das zweite Spiel was Paul mag nach Dead nach Dead by Daylight genau mochte er Dead by Daylight Kaya du siehst aus wie 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 Charles Bronson wie Charles Bronson oder Agent Pena du hast einen schicken roten Koffer bei der ist gut wahrscheinlich der Impfstoff drin ich hab mein rotes Köfferchen dabei ich bleib bei dir ich bleib einfach bei dir ist das egal und wenn der kommt opfer ich dich das ist super sieht einer von euch den Killer nee ich glaube ich seh Paul völlig willlos Hilfe doch ich seh sie ich seh sie Paul links von dir ich bin im Schrank ach so dann Kaya links von dir ja ich was ist das für ein Viech so ein kleiner Homunculus nicht zu mir laufen nicht zu mir laufen lauf woanders hin bitte lauf bei scheiße ach komm ich will mit in den Schrank warte hey gehst du da ra geh weg lass mich rein du blöd Mann wenn jetzt der Typ kommt geh weg such dir ich will da rein such dir einen ich lenke sie ab ihr könnt ruhig machen ne oh Gott ich bin am Generator du willst kannst mir helfen du kannst mir helfen Fritz Paul wer ist das mit aua au ist jetzt deine ey ich hab was am Kopf ich hab was am Kopf ja scheiße ich hab was am Kopf ah hier ich hab so ein Baby am Kopf wer ist das ah wer ist das der Kopf Gnu Gnu hat mich irgendwie die herauswinden adi 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 wer ist denn dieser munko lustig nur wieder hinter mir her das kann doch nicht sein warum was siehst du mit den Rücken hörst du mal auf damit da ist sie 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 da oben runter die lässt die kleinen Viecher los sie lässt die kleinen Viecher los ich hab diesen ich hab diesen diesen Typen am Rücken nimm es von dir runter du musst dich gegen die Wand stellen stell dich gegen die Wand Paul stell dich gegen die Wand und drück stell dich gegen die Wand und drück und drück und drück ja never gonna let you down aua aua komm hör auf genug ich bin's dein Freund kann mich einer heilen wo seid ihr ich bin jetzt an der Hütte die Syndica macht es sich gerade selber also diese Selbstheilung meine ich komisch aus was du da machst ist wie bei dir Paul ne ich guck ja zu gerade wie sie es macht immer diese Schuss und Fähigkeiten ja diese Heilung wie die die Heilung macht also Heilung selbst weiter nach links links weiter nach oben ja 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 da kannst du mich helfen ja komm mit komm mit komm mit ja aber das ist doch Kaya es ist so asozial Kaya Kaya ist neuer Freund Kaya such die Babyklappe Kaya such die Babyklappe oh du Bruder ist ganz hart Kaya such die Babyklappe ich hab mir auch ganz hart dran genommen Kaya I've come to talk with you again oh da ist sie da ist sie da ist sie ja ey wer hängt denn in dieser Magen Kaya du ja ich hänge am Haken richtig holen kann mal jemand einen runter holen holen runter ok lass uns diesen Generator machen ist das scheiß Homunculus das ist nicht zu schaffen das sind zwei Killer auf einmal ja der Homunculus ist wirklich fies stand das irgendwo dass der so heiß ja wollt schon sagen woher gehabt ihr den Namen Homunculus ja einer von euch hat damit angefangen und der so ein kleiner Homunculus Kaya hat in seinen Pass geguckt Iddy看 dreht sich klar wieder ne Kippe blöde Kuh It kann doch nicht sein ich brau erst ног ne Uge sonst funktioniert das nicht Unter Stress so Windows arsch Warum ist diese Arsch-Taste direkt neben dem Dach? Schiff! Also der Chat schreibt, der Kleine heißt Fiktor. Fiktor? So, der letzte Generator, aber das weiß sie auch. Vielen Dank, vielen Dank! Scheiße, die kommt, die kommt! Das tut mir leid, das war ich! Dieser kleine Viktor ist schon wieder hinter mir. Fiktor heißt der! Der Homogulus steht direkt vorm Generator! Howie, du kannst hinlaufen und mit der Maustaste ihm gegen den Kopf treten! Das geht? Ja! Hab ich auch gemacht, ich hab seinen Kopf weggetreten, aber sie kommt zu dir! Hunger, Hunger, Hunger! Klingt romantisch. Geh zur Luke. Geh zur Mauritze, Luke. Ja, jetzt muss ich irgendwie nur... Ich bin dein Vater. Ich muss mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme, ohne dass sie mich sieht. Lass doch den roten Koffer zurück! Ja, ich hab den in der Hand, aber der bringt mir gar nichts mehr. Der hat seinen scheiß roten Koffer. Sieht aus wie so'n Hello Kitty, äh... Jaaaa! Mittagessen, Lunchbox! Ja, genau, genau, die Lunchbox von Hello Kitty. Okay, ich glaube, jetzt renne ich einfach. Nein, der scheiß Homogulus! Das kann doch nicht sein, dass dieser Pisser wieder unterwegs ist! Fiktor ist da! So! Wo war die Luke? Die war doch hier! Ich find sie wieder! Ich find die Luke nicht! Der kommt! Der kommt! Ich find die Luke nicht! Scheiße! Ich find sie nicht! Gollum hat dich gefunden! Wo ist denn die Luke? Ach, da vorne! Nein! 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 Wieso hab ich mich recovered? Wieso hab ich das gemacht? Wieso hab ich das gemacht? Will sie nicht angucken! Oh, sie lässt dich! Sie hat mich gelassen! Oh, sie lässt dich! Oh, wie süß! Sie hat mich gelassen! Oh, das kleine Fiese war schon eklig! Schon geil, oder? Vor allem das Geräusch, wenn ich den rauslass, oder? Es ist wie, wenn ich kacken gehe! Ich tschuuu! Kopfkino! Wer ist denn jetzt, ähm, böses Mädchen? Ich! Tschüss! Also im Keller ist ein Generator, den ich fixe! Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, im Keller ist ein Generator, den ich gerade fixe! Ach so! Ich hab was anderes verstanden! Du warst abgehackt, deswegen, ich fixe, hab ich verstanden! Ich bin im Keller, ich fixe! Ich so, okay, ich komme! Ja! Ja, macht nichts! Kannst du mich massieren, bitte? Ja! Bitte massier mich! Das gibt's doch gar nicht! So, ich hab hier jetzt nochmal 10 gedauert! Willst du aufgehoben? Oder bleibst du da? Tinker, bitte! Hey, lass ihn liegen! Hey! Tinker, sei doch nicht so! Hey! Schnell, schnell, schnell! Danke! Danke, Paul! Ja! Du Homunculus! Ich zweimal! Kaya! Ja! Ein Monster Hake! Hol mich! Wer hängt denn denn da? Ich! Kann einer Paul runterholen? Okay, Paul, ich hol dich! Ja, ich hol Paul runter! Gut! Aua! Die Spinne pickt mich! Ah, ich werd geimpft! Oh no! Oh no! Oh no! Dann musst du verschreiten! Ja, Assi! Ich bin schon wieder tot! Das gibt's doch nicht! Was ist das, wenn man da so'n schwarzes Loch sieht? Äh, dann... Äh... A way to another universe! Also, Bienen und Blumen, Paul! Genau! Okay, der war schlecht! Sorry, tu mir leid! Ich fand's immer gut! Na ja... Ihr einfache... Ja, wir sind einfache Leute! Ja, Alfa, ihr streckbar! Bist du behindert? Ich bin der Killer! Ja... Gut, dann mach ich hier den Generator! Er hat's verkackt, mich zu töten! Oh nein, der hat mich! Gott, ich dachte nicht, ich bin hier gewesen! Er hat mich verstecken sehen, dieser Sack! Der Depp hat mich fallen lassen! Kaya, brauchst du Massage? Ist er noch bei dir? Nee, ich hab sehr viel, alles gut! Was hast du? Masse! Hahaha! 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 Aber... Ohne Happy Ample! God! Hahaha! Schade! Dann nicht! Nee, nicht nochmal draufschlagen! So! So ein bisschen twerken, wenn er kommt so... Ja, komm! Das hat ihm vorhin so gefallen! Mhm! 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 Nee! Yeah! Truck it! Ja, das ist! Ja, warte! Ja! Hahaha! Hahaha! Aber du wolltest... Hahaha! Oh shit, da kommt... Warte, skipapapa! Skiddy bum 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 bum! Ich hab doch getruckt, Mann! Hahaha! Oh, das war aber knapp! Der war echt direkt hinter dir! Das war knapp! Hahaha! Wollte auch auf'm Arsch klatschen, naja! Kaya, bist du jetzt der Killer? Pat, 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 pat! Ja! Und ich kill dich als Ersten! Ahh! Kaya, verschonst du mich, wenn ich vor dir twerke! Ja, okay! Ich mach das auch! Oh mein Gott! Wir twerken jetzt immer, okay? Siehst du dann einfach alles aus? Aber ich kann das auch, Kaya! Ich kann das auch twerken! Ich hab eine lustige Idee! Trügel mal alle ready! Wenn du... Wenn du twerkst, dann lass ich dich in Ruhe, Paul! Wer ist denn da hin, Billy? Kann da was? String mit... String! Also mach einfach String! Und dann ist das... Ganz auf! String, 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 String! Weiß, weiß nicht! Kannst du weiterreden? Ich will das kurz aufzeichnen! Achso, weil ihr twerken oder was? Der ist doch scheiße! Der ist doch scheiße! Hey! Twert mir, ihr Schweine! Alle auf Einschlag! Hör auf zu twerken! Hör auf zu twerken! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Woll auf! Hör auf! Woll auf! Woll auf! Woll auf! Kein Bock mal auf das Rumgetwerke hier! Kannst twerken wie du willst! kann ich die katze in die kanone ich komme ich dann selber in die kanone ich sehe das paul ich mach doch gar nichts du hast die katze in die kanone gesteckt ich bin bei peter weiß jemand wo geht's mo ist okay so paul du hast du siehst was aus wie in real life wo wo stinker hier bist du oder sie ist aber cool aus was denn dieses schwert hallo aber hier ist noch eine andere frau die von der kriegen beim zweifel aufgaben aber auch nicht unhübsch siehst aus wie einer von vorwerk klingelt und sagt ich sauge einmal umsonst durch und dann müssen sie aber beutel kaufen können gestürzt ist das ziel des spiels als geht um tanzen wir müssen jetzt eine choreographie einüben damit die haie sich vor uns erschrecken ich zeige euch das schiff glaube ich habe mein boot gefunden so dass unser schiff ihr lieben das unseres unseres oder so ein schwein im himmel seht ihr das wie komme ich damit an land weiß man das und nimmst hier so eine leiter ist weiter mit f ich habe jemand aus dem chat frocken hart sagt mich wundert ist das paul sich noch nicht angezündet hat wir müssen nur einmal das schiff voll machen mit essen mit kanonenkugeln mit holz brettern falls wir ein leck haben ich habe einen spaten ja nicht den spaten dem kaja auf den rücken hauen ich nehme jetzt eine kokosnuss und ein ding und eine banane ja sehr gut ist cool wenn uns jemand sagt was wir zu tun haben ja super warum ist du denn jetzt schon eine banane ich habe hunger jetzt meine banane haben ich habe irgendwas in der hand ein krug zu trinken mich wundert ist das paul sich noch nicht angezündet hat man tut mir leid tut mir leid ich dachte ich dachte es wäre getränkt aber das geht ins problem machen sonst segelt ihr gleich davon auf paul wieso nicht fertig ist das der anker ja hör auf ich komme nicht mehr raus ich habe eine muschi das kann ich mit der was kann ich denn mit der mit der muschi machen nur streicheln die sind nur für optische zwecke da was ist denn das in der hand was kann ich damit machen was hast denn jetzt wieder angefasst das kann man sich nicht man kann so wir mal essen willst du mal essen das ist voll nachher sich haben wo ist die katze die katze ich hatte gerade die katze nach wo ist sie wenn du sie losgelassen hast du zu mir gerannt habe ich dich vollgekotzt hier mein monitor ist ausgestiegen sich ausversehen vollgekotzt sorry so sollen wir die insel mal ansegeln haben wir denn genug ja paul ist schon kräftig am abhauen ich drehe irgendwas ja du drehst am rad wie immer dann let's go warte mal ich beladen alle und was macht und was macht dieser regenbogen hier das gibt es doch nicht so jetzt bin ich am start ihr ihr wisst schon dass ihr nur zu zweit sein der dritten wo bist du denn wer kommt die anklickst man bist du du dann kommst du kann ich einfach über bord man paul er macht denn sowas du rucki so funktioniert das nicht geht es auch dabei kann ich die katze in die kanon rechts von uns kommt ein piratenschiff auf uns zu ihr das wird uns wahrscheinlich gleich angreifen wir müssen kugeln holen die katze wieder ich habe alle kanonen befüllt wie lege ich die ok ich habe alle kanonen befüllt davon ist ja was das geil gleich gibt es auf die feste mit der linken maustaste hatte aber ich habe den fels gefangen was können wir damit machen da kommen die wieder da kann ich die nicht mit laternen bewerfen ein ja ich habe getroffen auf der stanz wie geil ist das lobigung freigeschaltet mir ist eine kugel direkt auf die birne gefallen wieso brenn ich denn jetzt ist das andere schiff jetzt weg ich bin mir nicht sicher das dreht gerade aber ich denke wir werden gleich weg sein ich gucke mal welche inseln wir ansteuern können um zu looten alter erstmal durch hast du ein volles wasser fass nee du kannst es voll machen okay kannst du es voll machen kurz hey da bin ich wieder wer hat mich denn jetzt angezündet ich niemand wir haben nicht mehr eine kanonenkugel und wir haben gar keine bretter die kanon die ist doch voll ja das reicht dann schaffen es das war unsere letzte kanonenkugel ich schätze mal dass die uns abschließen werden leute guck mal die schweine die wissen dass keiner auf dem schiff ist wir sind bei rast ich habe was gefunden ich drehe an der katze du drehst an der katze was heißt das wenn man an der katze dreht ich bin mir nicht sicher kriege ich dann diese kleine katze wieder gibt's mo ach so das ist der anker lassen an keinen frieden ok ich lasse ihn in Ruhe ich mach nichts du segelst davon nein du mein Mann ich hab also mach was du willst mit dieser information aber man kann tiere mit der kanone wegschießen kajam wie komm ich denn selber in die kanone vorne ran und r drücken aber es darf keine kugel drin sein cool komm schnell aufs chip sonst fahren wir ohne dich mach dir eh nicht das hat richtig spaß gemacht geh nochmal an die kanone tschüss paul man kann sich selber wegschießen bist du das trinker für euch wäre doch voll pummel party was wer ist denn pummel party ja da können so leute wie du richtig gut mitmachen du musst eine gewisse körperfülle haben ja ruf mal ein pfizer an ja du hast so eine breite nase da könnte ich im flugzeug drauf landen waa felsen wir empfinden felsen ja hier bist du am anker nein ich bin in der kanone du musst den anker runterlassen die können oben bleiben so lange wir den anker immer wieder setzen haben wir einer so jetzt haben wir doch angehalten das war doch gar nicht so schlecht ähm nicht dass mich das persönlich interessiert aber kann ich die katze in die kanone laden oh nein gibt's tut mir leid warte hast du ihn weggeschossen nein hab ich nicht paul hab ich nicht ja ich sehe das paul ich mach doch gar nichts du hast die katze in die kanone gesteckt nein die will sich ich stehe vor dir ich sehe das ok wo bist du schießt die doch mal los ich stehe auf dem steg drüben schießt die mal los ich will das mal sehen wie es aussieht ich mach sowas nicht komm just for fun da steht tinker jetzt schieß doch mal sorry ich bin bei peter tinker die spitze am Ruderrad zeigt die mittelstellung an hey ich will die mittelstellung die spitze am Ruderrad zeigt dir die mittelstellung an aha ja ja mittelstellung du schnäuzermann das ist wie wir aktenzeichen xy ungelost ja ungelost ungelost schieb also schieb wird gesucht er hat einen oberlippenbart und ein stirnband ich wusste gar nicht dass die ausgelost wäre ungelost du bist ein eine dumme Sau das gibt's doch gar nicht ungelost ah hier ist die spitze kurze frage in den stream weiß jemand wo Gizmo ist nein paul hier ist ein Gag für dich ja letzte runde der ist ein blau ich wer ist denn grün nein ich bin grün ich glaube ich bin tot ja ja bist du gelb ja bin ich kaya springen ist a ja ich hasse das jetzt kaya kick nein nein kaya kick stop exekution stürzt 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 ich bin jetzt als toter liegen ihr zerquissen und gewinn oder jetzt bin ich weg ja nein aua ha 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 nein nicht mit dem Ding schießen wer schießt mit dem Wurmding Ihr Blöden! Das ist doch... Gib mir die Waffe. Nein! Ich lebe! Ich lebe! Nein! Irgendwelche letzten Worte? Ah nein! Ah nein! Die letzten Worte und zwar von dir. Okay, early world muss nach Hause. Macht nix. War schön mit dir. Tschüss! Was ist das denn für den Scheiß? Ja! Ja! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Warte, gib mir die Waffe! Green Mile gewinnen! Bitte jetzt! Ja! Scheiße! Es hat doch nix mehr mit Grinnen zu tun! Das sind doch keine Skills mehr! Das ist doch einfach scheiß Zufall! Gib mir die Waffe! Nein! Nein! Verpiss dich! Sehr gut, du Aggro! Ja! Ohne Waffe! Geier! Geier! Geier, das ist ein scharfer Rammes, das ist geil! Wieder einmal ist Grün am Leben und schlägt sich durch zu allen! Und er verschießt endlich! Er holt seinen Blum aus der Hose und schießt! Hey! Zeig ihn mir! Zeig ihn mir! Geier, Geier! Komm! Jetzt lass doch einfach nicht! Mit deiner Kackwaffe! Jetzt hat er nichts! Guck mal! Wer ist denn der Blaue? Geier! 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 Jetzt kommt der Wiener durch! Exekutiert das Schwein! Sieht aus, als wenn ich gerade meinen Hosenstall repariere! Oh Mist! Jetzt klemmt er! Das ist doch ein blöd Mann! Dieser Blaue! Sag da! Ja! 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 Und da war Zeichensprach! Ja! Ja! Every time to go! Und dann die Türkei! Ohne Scheiße! Das ist sicher! Das ist sicher! Das ist ja! Ohne Scheiße! Boah, dieses Lachen, das macht mich so argoooooo! Ach, Kaya, pass auf, sonst schieße ich jetzt. Hey, du, ich hab dich vorgefallen! Fuck! Nein! Ja! Hallo! Ach, ich bin tot! Okay, putzi, ich nehm an. Vor allem, weil du ne Knarre hast. Ey, wer war blau? Ooooooh! Wer war... Wer war blau? Kaya, ich bin nicht sterben. Ich brauch deine AIP. Okay, lass dich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Nee, ich, ich, ich bin hier. Lass dich in Ruhe. Kaya, Kaya, hier, ich bin ready. Kaya! Kaya! Ich hab doch gar nichts gemacht! Kaya, halt mich! Kaya, halt mich! Nein! Nein! Kaya, ich lebe! Ja, was machen wir beiden jetzt hier putzi? Alles in der Leid! Kaya, auf den Grünen! Kaya! Guck dir den Sack an! Hör auf, auf den Grünen zu sagen! Hört auf! Oh, da ist das Laserschwert. Ja, early, das ist jetzt. Ooi! Ich klebe noch. Nein, ich bin tot. Wieso kann ich dieses Scheiß-Ding nicht richtig... Grün ist tot. Ich kann das nicht richtig... Grün ist tot, Kaya. Jetzt ist er tot. Ja! Ich bin auf dem Bild. Pisse. So, Freunde, ich muss ins Bett. Ist Paul raus? Paul ist gar nicht mehr dabei. Paul! Ja, ich bin hier. Aber du bist aus dem Spiel raus. Ja, ich bin aus dem Spiel raus. Ich muss... Ich hab draußen der... Ich... Die letzte Bahn geht. Ja, wollen wir dann auch aufhören? Ich glaub, es gibt keine Idee, oder? Ja, okay, letzte Runde. Scheiße. Letzte Runde jetzt. Oh, Scheiße. Nein, die will ich haben! Geh weg! Oh! Nein! Okay, letzte Runde. Darf ich das sein? Kaya, Kaya, Kaya. Was denn? Kaya, wenn ich... Kaya, wenn ich dich sehe... Nein, ich hab wieder hingekickt! Kaya, das ist ein Bombenwitz! Schau jetzt her! Kaya! Kaya, wenn ich dich sehe! Kaya! Kaya! Was denn? Ich guck zu! Wenn ich dich sehe! Ja, ich guck zu! Ich guck zu! Kaya! Was denn? Ich schau jetzt doch mal! Ja, jetzt kann ich zuschauen. Ich bin tot. Ne, ich leb noch. Nein, jetzt bin ich tot. Kaya, das ist schon ein guter Witz. Wenn ich dich sehe, Kaya. Ja. Was denn? Ich bin tot. Ey, du kannst schon schauen, wie deine Augen auch wenn du tot bist, Kaya. Wo war denn jetzt der Witz? Ja, das ist... Du hast mich richtig dumm dastehen lassen, Kaya. Ich werde richtig scheiß schlafen. Vielen Dank! Das ist meine Spezialität. Danke! So, letzte Runde jetzt. Was hast du mit deiner Wand gemacht? Falsche. Letzte Runde jetzt. Okay, letzte Runde. Letzte Runde. Ich bin die ganze Zeit gemutet. Oh, deswegen hat das Spiel gerade so richtig Spaß gemacht. Letzte Runde. Okay, letzte Runde jetzt. Schwein! Okay, ja gut. Wollt ihr noch weiter oder war es das jetzt? Okay, letzte Runde. Letzte Runde. Habt ihr schon mal Fall Guys gespielt? Oh, ich liebe Fall Guys. Ja! So, das war die Letzte. Ich hab gewonnen. Okay. Human Fall Flat. Das ist auch nein. Hey, hallo. Hallo. Hey, jetzt. Das war für deinen Kapuzenwurm. Immer, immer Setup. Oh, guck. Ja, ja, ja. Es tut dem Herzen weh. Ja, nein. Oh, toll, Kaya. Das reicht mir aber. So, jetzt hier. Ja! Okay. So. Schöne Runde. Ja. So. Oh, gut. Letzte Runde. Mann, der kriegt immer als erster die Waffe, der Early Foods. Ja, ja, eben. Da macht es auch am wenigsten Spaß an. Schau, jetzt tut er mich da löchern. Ey, nein, 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 nein. Ja, mach doch den Early Foods, wenn ich mich... Ich dachte wirklich zu picken. Jetzt siehst du mich verraten hast. Arme an. Komm, letzte Runde jetzt. Ey, ich geh da jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Okay. Okay, letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Weil da... Early. Selber schuld. Selber schuld. Das ist wirklich... Danach ist Schluss. Danach ist Schluss. Aber da gibt es keine Wand. Ist nicht so schön. Oh. Die mit den Schlangen weg. Ja, ja. Ey, 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 ey. Wir müssen da auch was. Wo kommst du wieder her? Ich bin... Schieß den weg. Schieß den weg. Und dann können wir uns an die Wand stellen. Der ist wie Unkraut. Der vergeht einfach nicht. So, jetzt habe ich ihn aber. Okay, was machen wir jetzt? Ja, ja. Jetzt will ich da was zeigen. Ja, ja, fang mal. Kannst du fangen? Moment. Moment. Nee, warte. Oh. Halt. Ja, warte. Ich bin doch eh da. Warte. Nee, nicht so weiter. Kannst du doch nicht fangen. Ich will doch die Waffen schießen. Kannst du fangen? Fang mal. Fast. Machen wir jetzt. Ich habe keine Wand hier. Ich lieg sie aufwärts tief. Schau mal hin. Finde ich auf. So, jetzt ist Schluss. Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ich noch rein, ey. So, das ist schön, weil er kümmert sich drin. Geht rein. Verpiss dich. Geht rein. Geht rein. Kaya, komm rein da. Oh, Kaya. Oh, das ist ein schönes Fluchtbild. Oh, das ist wie die Plätze runter. Oh, das ist wie früher damals. Oh. Kai, ich bin fertig. Geht's los. Kaya. Mit Fitteln. Oh, natürlich. Na gut. Es war mir die schwarze Witte gerade. Ein Fanat und Sex. Das war's jetzt gut. Es hat Spaß gemacht, oder? Würde ich auch sagen. Lass uns das nie wieder tun. Tschüss. 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 Mach's gut. Toll. Spiel du den Fettsack. Was? 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 Ne, ne? Das ist jetzt nicht hier so ein Scheidungsdrama, oder? Doch. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hör mal, warum spielen wir denn jetzt hier so was emotional Grenzwertiges? Ich glaub, wir spielen... Das war meine Kindheit, die hier verfilmt wurde. Echt? Haben sich deine Eltern getrennt? Nein, ich war ja ein Waisenkind. Da lacht der. Ich sag, ich war ein Waisenkind und du lachst. Ja, ich glaub's dir nicht. Kennst du Bernhard und Bianca? Das beruht auf meiner Geschichte. Bernhard und Bianca Patzer. Und die war nicht das Krokodil, was? Oh, guck mal, die Tränen. Ah. The Tears on the head of the pup. So hätte das Spiel heißen sollen. Tears on the head of the pup. Wo kaufe ich denn Waffen? Komm mal her, wir müssen hier als Team arbeiten, Junge. Bisschen Grounded, oder? Kaya, kommst du bitte zu mir, sonst geh ich. Okay, ich komm hier. Hallo? Du musst Y drücken. Ach man, Paul. Ja, der Kaya ist nicht so der Koop-Player. Der muss immer sein eigenes Ding machen. Sonst schreibt der Chat. Ich muss doch erstmal die Steuerung, ich muss doch erstmal reinkommen in das Spiel. Das dauert zwei, drei Stunden. Fehlt noch einer, oder? Ja. Okay. Bleib stehen, du Sack. Ich hab doppel! Ich hab doppel! Was ist das hier? Halt! Wieso hab ich das gemacht, Leute? Wo sie ist? Rose! 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 Wir sind ja auf der Titanic. We are it! We are it! You stupid fuck! Ja, get out of the way! Ach, book? Ich hab stupid fuck verstanden! Ich dachte, was das für ein Spiel. Ja! Fuck of love! Get away, you stupid fuck! Hat ja oben stehen! Fuck of love! Fuck of love! Mit einer Seite! Fuck of love! Mit vier Buchstaben! Oh! Oh! Wo ist das? Wo bist du denn? Ich bin da! Ich bin da! Wo denn? Hier! Direkt neben dir! Du musst hier rein! Hier! Auf dieses Ding! Und dann wirst du hochgepustet! Okay! Mann, du siehst doch, dass das Ding ansaugt! Ach so, hab ich jetzt? Ich vertrau dir halt, weil wir kommen! Nein, mach's doch nicht! Du musst auf den Knopf drücken! Welchen Knopf? Da oben ist auch ein roter Knopf! Nee, hier ist nur so ein Blasinstrument! Da ist ein roter Knopf! Nein, ist hier nicht, Mann! Da ist ein roter Knopf am Rand! Nein, ist nicht! Ich seh keinen! Da rechts! Weiter rechts! Hier ist kein roter Knopf! Weiter rechts! Weiter rechts! Weiter rechts! Weiter rechts! Da! Boah! Weißt du, der Knopf ist 4000 Meter groß! Hallo? Ich bin tot wegen dir! Komm! Ja, geh da rein! Dann kann ich dich zerquetschen! Was machst du? Achso, du musst hier durch! Sorry! Ich hab nicht gewusst, dass du auf der falschen Seile bist! Oh, das war gar nicht mal so schlecht! Geh doch einfach woanders lang! Wie bin ich denn da rausgekommen? Ja, du musst mir die Tür auf! Du musst die Tür! Kannst du das nicht machen? Hier, das da! Dann komm doch! Bin doch hier! Geh da mit! Ja, wie denn? Oh, nee! Oh! Falsch! Ja, und jetzt? Das ist tot! Das ist tot! Oh, assi! Du musst da durch! Ja, mach ich ja! Kannst du es... einen Spalt weiter aufmachen?! So, und wie kommst du jetzt durch? Ich finde hier einen Weg! Ne, das... Das hab ich... Das hab ich auch schon probiert! Kann man hier... Wie ist denn zu los? Machen! Ah, ich hab ne andere Idee! Warte mal ganz kurz! Jetzt probier's nochmal! Die gleiche Ambitule wie die... Jetzt, 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 jetzt! Problem ist... Ich kann ja nicht mehr runter, das Ding! B! Drücke doch B! Wie auf nem wilden Ponyhub, Paul! Hilf mir doch mal! Du musst B drücken wie Babbrechen! Mann, der regt sich voll auf, dass ich den... Paul! Hilf mir doch mal! Achso! Ne, du musst rechts! Ja! Hör auf, da rum zufummeln! Das bin ich! Geh da weg! Komm her, du! Kleiner, du! Jetzt mach ich das fertig! Deswegen will ich mich von dir scheiden lassen! Komm her, du! Jetzt zieh mal deinen Strickbully aus, du! Oh! 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 Ich find schon ne Laufmasche! Ich bin drauf! Warte, ich geh nochmal drauf! Warte, ich geh noch einmal drauf! So! 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 Tooter Mann! To- Ey, the bugger fuck! Tooter Mann! Das ist doch ganz einfach, Paul! Du musst dich einfach drauf! Du hast es weggemacht! Hast du das mitgekriegt? Du bist ein richtiger Saboteur! Frag dich mal, warum du keine Sabs hast! Komm her! Du musst einmal den Schalter betätigen, bitte! Hab ich! Dann, wenn ich den hier und jetzt... Nee! Jetzt! Jetzt! Hä? Ich mach's einfach ganz oft und du findest selber deinen Weg! Du Assi! Jetzt komm schon! Nein! Find doch deinen Weg! Es ist doch ein Rhythmus! Du musst ihn nur entdecken! Ich bin quasi wie so'n Bot! Ich bin wie so'n Bot! Ich bin... Sag mir einfach jetzt! Okay! Dann drück ich drauf! Jetzt! Yeah! Und jetzt! Und... Du bist nicht mehr im Bild gewesen! Mach's mal! Ich lass' mir von dir nie wieder einblasen, ne? Was? Also... Jetzt! 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 Okay! Jetzt! So war's doch schon weg! Na, komm her! Ja, du Laufmasche, du! Ich mach das Ding weg! Oh! Hier ist jemand drin! Wer denn? Was ist diese kleine Art Wechsel? Oh! Alles klar! Jetzt haben wir wieder hier Korb! Nee! Erst... Erst den auf grün schalten! So! Nee! Jetzt! Dann geh ich gar nicht da den Weg! Ja, nee! Gar nicht! So ist gut! Jetzt kommste! Geh da in die Hocke! Hallo! Was? Kaja! Kannst du irgendwas mal mit Gefühl machen und nicht einfach nur stumpf irgendwo drauf drücken? Spring doch einfach... Ich... Das ist... Das ist die Spielmechanik! Du musst das schaffen! Alles klar! Dann lass es aber auch so! Dann lass es aber auch so! Lass es so! Lass es so! Okay komm, ich helf dir! Nein! Wenn du mir hilfst, ist es wieder anders! Okay! Okay! Also pass auf! Folg mir! Du musst... Wenn du hier drauf bist, musst du schauen, dass der Schlauch... Ich bin noch nicht fertig! Du musst mich blasen bis ich komme! Ach ja, ist toll! Das hat sie! Ja! Super! Ja! Ist gut! Ich... Ich hab's selber gehört! Lass es doch! Dieses Spiel wird präsentiert... Von Dyson! Ah, wir müssen hier drauf! Warte! Ich lass mir... Ich lass hier... Ah! Geh hier hoch, Paul! Geh hier hoch! Warte! Lass dich gleich einsaugen! Warte, ich sag dir gleich wann! Ja, ich lass mich öfter schon mal einsaugen! Ich muss in den seinen Mund rein! Ja eben! Deswegen! Aber erst wenn dieses Ding hier wieder kommt! Warte! Jetzt geht's gleich los! Pass auf! Lass dich gleich einsaugen! Ne! Paul, jetzt! Lass dich einsaugen! Paul! Lass dich einsaugen! Jetzt! Komm her! Jetzt hier rein! Und jetzt? Wieso schaffst du das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Scheiße! Ich muss in deinen Mund! Komm her, du Kleiner! Einer mal sagen, wie das funktioniert! Aber das sind doch Granaten, die hier fliegen! Kann man die irgendwie aufnehmen? Ne, die explodieren einfach! Hm! Jetzt komm her! Die Granaten hier und jetzt so... Kleiner, du! Wie hast denn die Granaten aufgenommen? Nein! Ja, mit dem... Mit... Schlau! Was heißt Schlau auf Englisch? Ist das Luke? Komm her, du Kleiner, du! Ja, ich mach doch! Boah, das dauert ja noch eine Stunde, bis wir hier fertig sind! Jetzt mach da Steine raus! Die Beach! Wo hast du denn hingezielt? Ich muss schießen, Paul! Ja, ich wusste nicht! Ich dachte, ich saug auch ein! Mann, ich weiß doch nicht, was ich mit meinem Schlauch machen soll! Komm, ich geh jetzt nach oben! Geh du oben! Ich saug ein! Und du spritzt voll! Jetzt... Also langsam! Was hast du denn? Es steht 1 zu 4000 für versaute Sprüche übrigens! Was für versaute Sprüche! So, jetzt! Jetzt! Es geht mir los! Es geht mir los! Warte! Jetzt! Warte! Geht das Rohr weg! Fuck! Ist doch Shit! Gucken ja viele Amis zu! Was ist jetzt? Toll! Ich finde das Spiel doof! Ist halt ne Challenge! Ne, ist keine Challenge! Nur weil Dyson will, dass wir verlieren! Jetzt! Hau rein! Saug rein! Habe ich! Habe ich! Was machen wir jetzt? Wir können ihm vielleicht die Augen aus dem Kopf saugen! Ja! Saug ihm die Augen aus den Höhlen! Do you think this is too much? Kind of! Was müssen wir denn machen? Was ist das? Drück Y dann drücken! Drück Y dann drücken! Drück Y dann! Saug ihm die Augen aus! Boah! Nein! Komm her du! Das hast du dir verdient! Ich hasse meinen Sauger! Kannst du mir erklären worum es geht? Ne! Schreib dem Kaya eine Spielerklärung in die Kommentare! Die kreativste davon kommt ins nächste Video! Ah, ich habe die Tür aufgemacht! Tschüss! Es gewinnt, wer zuerst 21 Beute hat! Spielen wir miteinander oder gegeneinander? Gegeneinander! Warte, jetzt kriegst du diesen *** auf die Fresse! Aua! Wer die Kohle hat, der haut jetzt ab oder was mache ich mit dem Geld? Ja, du musst den Schalter durch die Tür abhauen, wenn du die Kohle hast! Der habe ich! Ich liebe diesen ***! Was hast du gemacht? Nein, 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 nein! Gib mir das Geld! Ey! So, jetzt habe ich die Kohle! Mann! Wo, 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 wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nein! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Na? Wo? Bleib hier! Scheiße! 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 Nein! 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 Bleib! Tschüss! Nicht durch! Du darfst nicht durch die Tür! Wieso komme ich als Polizist wieder? Da ist er! Da ist er! Helene Fischer! Warte! 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 Ey, du bist so... Hör doch mal mit dieser Wurst auf! Hey! Hör auf! Ach, Mann! Hey! Hahaha! Wo ist denn die Beute? Oh, ich habe mich... Du hast... Du hast noch gar keine Kohle! Ich kann ohne Geld raus! Das gibt's doch nicht! Ich muss dagegen hauen, oder was? Ich check's nicht! Ja! Ja! Jeder... Ich komme doch nicht... Ich komme mit diesem... Boah, ich komme doch nicht mal da hoch! Dieses Scheiß für Säck! hast du in der schule auch gesagt oder bei diesem test spiel hast du gewonnen ich habe vorschlag gemacht was ist das man das ist du musst dich erst mal gegen mich durchsetzen pass auf nein nein warte auf mich wir müssen da hoch also ich muss da hoch wie komme ich hier weg mann du das zurück ja danke nein du bist fucking geil nein meine kohle oh geld 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 ja gib mir die kohle nein ich habe keine waffe nein das ist meine kohle bezieh dich nehme ich noch mal lasst es los bleib stehen gib mir das geld das ist doch scheiße geh weg geh weg geh weg du blöder pisser wie wirft man denn diesen deppenspiel ich habe einen weg gefunden hier über die koffer tschüss nein 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 tschüss wir haben noch kein bisschen kohle geld das ist doch blöder schalter umlegen anstatt mich nur zu verbrochen haben wir auch ach ist das geil oh nein hey wie komme ich hier wieder raus tschüss lass mich raus nein ich schmeiß alles was ich hab mir ist egal komm her ich komm hier nicht weg ja komm mal dann hier wieder raus aus diesem kack tschüss es fällt schnee bis in die niederungen örtlich besteht glatteis gewissen das mach ich jetzt ja jetzt auf mich doch mal in ruhe ich hab doch gar nichts fuck nein du bist so bescheuert ja was was ach man ey wie komm ich denn hier weg oh man komm her ich hab noch nicht mehr ne Waffe nein 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 springen 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 weg springen monitor werfen werfen monitor ne man wir haben keine Zeit wir schaffen beide das Level nicht du blöd man ach ach aber wie viel Kohle hast der mitgenommen? ich hatte gar kein Geld 20 zu 0 willst du noch mitspielen oder? camping das kann doch nicht sein verzieh dich komm her bitte bitte nein ja guck mal wie es hier steht freundchen ach du brauchst nur einen Punkt du Drecksack ja wo ist das Geld? geh weg nein tschüss nein ok jetzt hab ich verstanden wie es geht ja 29 zu 9 knapp lass wieder nein nein was achso ah warum nicht ok gut ah was machst du denn hier unten? zieh dich wie kommen wir denn hier wieder weg? wie kommen wir denn... wir müssen nach oben Paul nein hey was machst du denn da? Paul wir müssen wieder zurück oder? ah ne hier nein ich hab nur zwei ich hab nur zwei EHHH ak wirrica wiruely ich bumme ich brenneeeeeeee ich ich auch diese Scheißding hat sich alleine selbstständig hör da hinten ist noch ein bisschen koale komm ich nehm das quant ich nehm NEJ Das ist so asozial. Ich war schon. Wo müssen wir hin? Wo ist Exit? Da rechts, da steht es doch. Ich komme nicht mehr raus. Tschüss. Warte. Was machst du denn mit dem Flamingo? Ich weiß es auch nicht. Du bleibst jetzt da drin. Bleibst du mal stehen. Lauf. 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 Bin, ne, ne. Lauf. Scheiße. Bleib hoch. Wieso bleibst du da hängen? Ich bleib da hängen. Was? Kralle. Lauf. Lauf. Bring. Und jetzt geht er wieder da hin. Nein, ich bin runtergefasst. Schlag ihn. Schlag ihn mit was. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hä? Nein. Yes. Yes. Oh nein. 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 Yes. Fuck that. Und macht das Ding an. Oh. Yes. Du hast noch einen. Wie so eine Fliege, die in so ein Ding reinfliegt. Zack, mein Monitor beworfen. Flieg! Flieg! Flieg, kleiner Wellensittich. Flieg! Blödmann. Geh rein! Du warst das schon vor dem Ausdruck. Super, du hast zehn Raubpartien gewonnen. Was für Raubkopien? Du hast zehn Raubkopien gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die einen. Ich habe Angst. Was machst du? Blödmann. Mach es. Ja, nein. Ah, das Boot. Kackboot. Schmeiß doch die Ballette. Nein, nein, ich habe es verpasst. Warte, warte, warte. Nein. Ich bin voller Geld und das scheiß. Fluchboot kommt nicht. Wo kommt denn das scheiß Boot? Erstmal komme ich. So, mein Lieber. Nein. Fluchtermist. Das ist echt. Ah, ich kann nicht. Bist du doof? Hör auf bei mich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Das ist so. Paul, du musst nicht wegrennen, du musst mich erledigen. Vielleicht hole ich mir erstmal eine Knarre. Äh, eine Karre. Paul, weißt du, was Deathmatch heißt? Das Spiel ist nicht zu Ende, bis einer von uns tot ist. Ich bin schon mal nahe an dir dran. Ja, ja, ist das so. Du bist auf der anderen Seite der Mauer. Das gibt's doch nicht. Ich hab dich mehrfach getroffen. Komm, noch eine. Das macht Spaß, oder? Du bist auf der anderen Seite der Mauer. Das ist scheiße. Du, ein Drecksack. Komm, aber auf! Ich hab betroffen. Da, da, zweimal. Das gibt's doch nicht. Brauch'n ganz neuen Plan. Ja, mal überleben. Ach du Scheiße. Das ist ein Blödmann, echt. Ich hab halt, ich kann halt so schlecht wenden gerade. Hm, frag mich warum. Ah, warte, Junge. Mann! Au! Ah! Ich hab Angst. Geh weg! Geh weg! Ah! Oh! Noch getroffen! Und dann noch... Fuck! Ich hab dich getroffen. Da! Ja! Mittelfinger, Mann! Und dann putze noch über! Fuck! Ich hab mich weg! Die Lüge sie kann ja mit der maus spielen okay dann warte ich bist du dich mit der maus eingegroovt soll ich lieber wieder controller nehmen kaya ich hab kein bock mehr was war das war das eine pistole oder war das ein schwarbschützengewehr und bummerang ja 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 das gewonnen so paul jetzt nehme ich dich ernst ich kann dich nicht ernst nehmen ich kann dich einfach nicht ernst nehmen null null punch ich weiß ja gar keine waffe mehr in der hand wenn deathmatch dein ding ist kann man mal gucken nach welchen spielen es gibt ja hier diese nahe diese profi baller spiele wie heißen die ich spiele nicht mehr black ops und also jetzt wurde partner geworden bist du aufzustream hatte ich helfe dir aufzuhören ich wollte mich abrollen ja ich liebe eines natürlichen todessterben als durch dich sind wir durch gut dass ich die autos in echt nicht bezahlen muss 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 das ist doch nicht erlaubt so bescheuert also du hast du hast du hast du hast du hast fluchter misst ich kann ich bist du doof Ich kann nicht, ich kann nicht. Das ist so... Dreckstack. Komm, erst mal Motorräder geflogen. Ich konnte gar nicht mehr weiterspielen, das war unfair. Letzte Runde. Ich gehe jetzt in den Weinbergen fest. Alles kalkuliert, Schatz, alles kalkuliert. Genau das war meine Absicht. Mein Motorrad streikt. Kalkulation, Leute, Kalkulation. Meine Waffe ist leer. Ha! Ein dummer Sack, du. Auf mir geparkt. Jetzt verstehe ich das, die Waffe war leer. Wieso hast du eigentlich keine Munition? Weil du mit deinem Auto auf mir geparkt hast. Ich sehe dich. Ach so ein rotes Auto? Nee. 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 Ich sehe dich da durch die Gegend fliegen und du sagst, nee, nee. Gar nicht. Da geht's nicht. Ichέle. Eise. schweinemann ich war extra wieder mit motorrad da das ist so über den weg holp ansehen so kann ich jetzt nicht aufheben habe eine abkürzung gefunden man die andere konnte ich auch nicht aufheben aber auch keinen sinn ich habe einen direkten weg gefunden was denn zu dir ja ist das so besser vorbereiten oder ich bin auf direktem weg habe ich so ein shortcut das kann doch nicht sein hast du dafür für eine brotschneide maschine die hast du doch auch nein ich habe nur hier so zum ding von karnevals wird hier immer du hast doch wieder irgendwas schnell ist so wie du dich hier von mir weg bewegst ja klar ich bin in ein auto gestiegen das kannst du in diesem spiel machen aber momentan fährt es eher mich passen weißes ne lüchtern auch ich sehe dich ja den abhang runter brettern der tagessieger wurde bestätigt ok du hast gewonnen es hat sehr viel spaß gemacht bis du bei mir ja komm mal zu mir hier ja wir können ja mal testweise hier ein bisschen die straße entlang fahren ok ok mach mal ein paar punkte mach mal ein paar backflips flipboards backsides und backbreaker nein das wollte dieser felsen ist gut ne der felsen ist nicht gut wir müssen irgendwas starten wir müssen irgendein ding starten eine mission ein dingens das sah mal gut aus das sah mal gut aus wieso steht da ein baum pvp was heißt denn pvp pfurt gegen pfurt wo muss ich lang ich sehe nichts zu diesen scheiß giraffen kopf war jetzt kommen riesen war du hast sein nicht schlecht mein lieber paule und das war nicht so gut ich habe ein blödes rat kannst du direkt nicht wieso sagt mir keiner was nimmt wieder ein alpaka kostüm das war besser ja ich werd erster ich werd fucking erster ja das ist das problem kaum setze ich mich mit der bremse auseinander verliere ich wieso denn ich glaube in der luft jedoch jedoch mann ach mann also wir haben fahrrad haben wir wir haben ein bisschen wintersport hätte ich gern noch mal jetzt willst du den schweizer vorteil ausnutzen ich habe was wenn ich die steuerung drücke beim biken jetzt habe ich hier so ein glitsch ich bin so gut ich bin einfach so gut hier kommt eine rampe endlich ich wollte schon immer eine rampe halte die gleiche taste wie beim rad und schweiz was war denn los paul da machen wir revanche hat nicht funktioniert mein controller hatte nicht funktioniert weil ich ihn falsch bedient habe ok pass auf snowboard habe ich dich platt gemacht deswegen nehme ich jetzt wo ist denn das andere skiding wieso habe ich nur eins was macht er denn wieso mit dem arsch voran jetzt nein es gibt jeder drauf ja aber zu nein man da vorne ist paul ich brauche die rampe wieso drehst du nicht immer wenn ich oh das muss mal einer nachmachen das ist doch wann kommst du denn ach du bist da ich fand snowboard irgendwie am coolsten bis jetzt so wie sehen denn wir aus wie geil ist das denn die crow challenge achtung yes sir ok jetzt weiß ich wieder jetzt weiß ich wie man die richtung ändert hast du mich gerade älter kannst du halt gar nichts ja und da fliegst du bist du noch im game oder was macht ihr denn hier nein ich bin so gut ich bin einfach gut was willst du machen ich bin einfach geschaffen für dieses spiel was mach ich was mach ich nicht wie komm ich denn das ist mein game jetzt weiß ich wieder wie man sich um Yes! Das ist super! Geh zurück! Nein! Das ist doch immer! Geschaffen für dieses Spiel! Stopp mit dem Spullen! Das geht mir zu... Man, jetzt hat mich Paul überholt! Du musst durchs Ziel, du Vogel. Wolle aber was trinken, du kommst ja eh noch nicht. Jetzt geht's ab. Ice cream, what the fuck? Du weißt... Du weißt... Oh Scheiße! Hey! Ah! Ah! Oh, ich bin... Jetzt geb ich Vollgas. Jetzt geb ich Vollgas und ich bin im Schnee. Wieso ist denn da keine... Oh! Uh! 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 Ich dachte, das wär ne Rampe! Mann! Ey, dann sind ja Bäume... ...besser als Ski. Manchmal wird das Spiel echt zum Flugsimulator. Aber unfreiwillig. Was? Passiert schon wieder? Ohhhh! Wieso bin... Mach dich hübsch, Püppi! Ich bin gleich fertig! Ich bin gleich fertig! Ich bin gleich fertig! Was ist denn das hier? Ja gut! Muss ja auch erstmal hier gucken... Wo ist denn der Mist? Sorry, ich bin im Krankenhaus! Oh! Wingsuit! Wie geht das? Was muss ich machen? Kann mir einer sagen, wie es geht? Was steht da? Lost? Nee, Boost! Wieso kriegst du nur an mir vorbei wie so ein... Wuh! 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 Ich trau mir immer mehr zu! So ist das im Spiel, Leute! Ich starte immer Lost, aber meine Lernkurve ist so steil! Du musst noch was zu der Richtung der Lernkurve sagen! Haha! Du bist so ein Sack! Jetzt musste ich lachen und jetzt hab ich das Ding verpasst! Wuh! Okay, jetzt reicht's! Kein Bock mehr zu sterben! Was hab ich denn jetzt schon wieder für Klamotten? Komm ich zurück! Wie seh ich denn aus? Du musst aufpassen! Das ist wie ein Alpenpass in den Schweizer Raupenodeln! Wie den Furka-Pass! Kennst du den Furka-Pass? In einem ganz berühmten Film war der! Heißt der bei dir nicht Furka-Pass? Hahaha! Nein! Ich muss durchspulen! Hahaha! Naja, ist dein Humor! Ich weiß! Hier kommt! Oh, man kann auch bremsen! Ich seh nicht! Ich seh nicht! Achso, ich kann sprinten! Heheh! 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 Und ich bin gebrochen! Haha! Kaya! Ich krieg das nicht aus meinem Kopf! Wie du dich an ein Sparschwein vergehst! da bist du ich sehe dich oder nimmst du einen roller oder nimmst du ein mini oder was ist los kennst du das brettspiel das ich kenne das brettspiel bist du dran ja noch nicht mal wenn du das rad drehst ja ich das war nicht gut du hast du 1 ach so warte ich habe nicht richtig gedreht ja super laser tag kann kommen wir neben den laser tag kam spiele das jetzt nein ich habe keine ahnung jetzt wieder am rad ganz schöne action jetzt musst du drehen panzer gewinnt mann du hast nichts gemacht du hast schon 200 k bekommen ja okay ich werde 50 gehalt und 40 steuern was jetzt ein auf hirschhausen wieso bin ich jetzt tier friseur entscheidet sich verhalten lohnerhöhungen mehr lohn entscheide ich verhalte einen neuen job und ein glück ok was jetzt nächste runde super das spiel ist schon sehr man wird schon sehr geführt in dem spiel kann sein du kannst auch so schlafen und einfach nur die hand auf der linken maus dann vibriert dann so drücken ja das ist halt ist wie im richtigen leben so endlich du fährst auf stopp es gibt drei bildungen es wird immer komplizierter mit einer besseren bildung kannst du sonst immer kompliziert nein es ist immer noch eine auswahl von zwei dingen komplizierter leute und damit auch spannender bleibt dran ich habe einen löffel weg bestelle essen dann kriegt die alle leben eine gute idee dann mache ich auch mal eine pause wähle ein gegner bowling spiel aber jetzt mal ernst macht man nur das was wir gerade machen ich dachte jetzt kämen tatsächlich ein minigame mit bowling aber ist nicht ja habe ich auch gedacht aber es ist ein bisschen so wie keine ahnung früher im altersheim immer bingo die sieben die sieben die sieben was schon wieder gewonnen 6 das spiel ein bisschen gänsehaut wegen der spannung wenn wir unter zwei stunden bleiben können wir spiel zurückgeben aber das darfst du nicht öffentlich sagen okay ich glaube ich habe das brettspiel brettspiel schon scheiße in erinnerung ja aber ich habe doch neun was will der denn noch mal noch mal würfeln oder was weiß ich nicht weil es verrücktes spiel ist guck mal wie sie das gemacht haben stehe auf stopp ja gehe heiraten kommen nein noch bleibe single also wie nur dieses rad macht mich irgendwie verrückt tolles spiel ich sag mal so open world was dir einfällt kannst du machen du musst es nur über die linke maustaste machen aber es ist so ansonsten open world aber du musst am und du musst am rad drehen ist wichtig ich habe baby ich habe baby war auch noch geschmeißt es gleich gegen die wand und mit strand baggie ich bepflanze meinen garten vielleicht kann man jetzt zusammen auswählen nein okay nächste runde tschüss ein garten wäre ein schritt mehr gewesen wähle aus was zu pflanzen so die machen ja nicht so einfach das kann man nicht machen ich glaube du bist dran und es könnte sein dass das rad wiederkommt warte mal naja wenn das der zweite teil ist wie eintürig ist eigentlich der erste teil ist nur ein rad dreht immer weiter die community auf welches der beiden sachen ich drücken muss um kein rad zu kriegen du kriegst jetzt so oder so kein rad du kriegst entweder ein sparschwein oder zwei herzen was ein sparschwein weißt du seine sau sparschwein sauer verrückt die bilder im kopf jetzt von die nase um zwei löcher kaja ich krieg das nicht aus meinem kopf wie du dich an einen sparschwein vergehst davon gibt es doch gar nicht hier rum das spiel kostet 29 euro hallo was wusstest du denn da aus ich spiele heute mit winston church aber kannst mir mal sagen kann man jemanden verknacken wenn du dich an einem sparschwein vergesst ist das ist das strafe ich habe keine ahnung aber ich glaube du musst den schlitz benutzen wenn du das gummiding raus machen das loch benutzen das diebstahl oh ich darf drehen was ist der scheidungsgrund mein mann hat sich auf einmal war es da sehe ich auch so so ein doppelbett der mann und dem man das sparschwein mit seiner kippe im mund mit heruntergelassen wer ist die sau kaja kann was anderes spielen ja lass uns noch die runde muss ich immer an deine verdammte story ich habe den ruhestand erreicht guck mal wie diese bewegung durch an mutig kann ich mir nicht weiter ich krieg dieses verdammte sparschwein ich krieg das nicht aus dem kopf sparschwein ich muss sparschwein wieder knacken dreck schwein was ich dachte ich wäre im ruhestand ich dachte ich wäre im ruhestand ich muss meine wunschliste abarbeiten ich will nicht wissen was da ist ein sparschwein auf meiner wunschliste was heißt eigentlich cheatet ich glaube ich krieg ein sparschwein in die eins ja ja so herzlichen Glückwunsch ruhestand ja komm schnell weg hier rum und ab Schlitterwochen verkaufen ja ich glaube mein sparschwein weiter 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 okay ruhestand verkaufen okay den linken rum schlagswander für das tausend vielen dank gewohnt gute nacht nächste woche finde einen schatz finde einen schatz hast du das sparschwein genommen ja hey wir haben es gepackt das Spiel ist vorbei wir können das Spiel zurück zurück guck mal wie viel sparschwein guck mal da ist es das kleine oben hat auch Angst oben rechts mal gucken wer das sparschwein natürlich zu dir fisch fisch komm her du kleine ich bin drin gut ich hab mich der Party angeschlossen start in 6 5 4 3 2 ich zeig dir mal wie das geht ich dachte das ist kein Horror sei ruhig und komm jetzt mit so jetzt hauen wir aber richtig rein du los geht's wir sind in Polen dobrodan dobrodan hallo guck mal guck mich doch mal an wo bist du denn hier hinter dir bleib doch mal stehen ich will doch gucken wie du aussiehst hi hi warte ich beschreibe oh guck mal hier mit Stirn oh ich glaub die kommen schon hinter dir oh Gott du musst erst versuchen zu reden hey ok hey schreib dem hi Aggression bringt nichts Leute Aggression bringt nichts hier ja zombie neutralisiert rechts links kombination hat die gesagt zombie nutte was hat die gesagt kann man auf den Panzer ne ne paul kann ich auf die wo bist denn du hier hinter dir dreh dich da um hallo 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 haben wir die schon weggeknallt haben wir gewonnen da hinten kommen sie ja richtig das Spiel hört nach drei Runden auf deswegen ist das auch so teuer warte ich nehme hier die hinteren Schmocks ich hau die weg bevor die überhaupt aufs Feld kommen ich bin richtig der sieht aus wie mein Steuerberater hier hier ich mach ne Tür auf verschlossene Tür ich riegel 750 uuuuuh so und jetzt fängt schon an dass ich Angst kriege wenn ich hier in Beräumen bin wo bist du Kaya? ich kille Zombies komm bitte rein ich hab Angst konzentrier dich jetzt kommt die nächste äh Verwellung ich finde es schon sehr gewalttätig hol ich nochmal Munition her du kannst ja Munition aah was ist hör mal du musst mir ein bisschen Rücken frei halten ja wo sind die du bist hier wie der wie der Krischma und du machst hier Schaufenster gucken ich hatte keine Muni ich hab das erwischt bitte hilf mir ne ich hab keinen Bock was sag mal bist du bescheuert das ist eine Koop Mission ne ich mach den Scheiß alleine hier warum hab ich eigentlich den Spanischen abgestellt? du wirst überleben ah da hier bin ich gut gut hier ich hab den Freund mitgebracht ja komm mit komm mit hier Strom soll ich draufdrücken? ja? ja mach Angst ja ich hab 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 ist ja gut hetzt mich nicht aua der Sack hat mich voll gehauen wir müssen die aktivieren die beiden Dinger hab ich alles klar beide aktiviert was machen wir jetzt? ja hätte ich gesagt so weit bin ich noch nie gekommen jetzt weiß ich nicht weiter lass den Zombie auf jeden Fall am Leben da kann doch nichts passieren er ist so ne lila ne Wolke das ist der Teilchenbesteuniger geh da mal rein au 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 hau doch an ich bin jetzt Maschinenpistolenmeister ich glaub wir müssen ein paar am Leben lassen oder? ja ich mach doch gar nichts ja ich mach doch gar nichts okay lass den am Leben ich hab den nur weggeschubst von mir was müssen wir am Funkgerät machen? ja soll ich hier Evakuierung drücken? ok machs jetzt ah! wirklich soll ichs machen? ja mach jetzt! sterbe! ich hätt's vorher machen können ah! ich hab drauf gedrückt aber es passiert nix ja toll dann hast du's auch nicht nein du musst glaub ich auch drücken du musst auch boah ich bin tot ich habe keine Lust mehr ich bin voll tot wo bist du denn? ich lieg doch hinter dir dreh dich doch mal um mit deinem Mann scheiße hab doch mal stehen guck mal ich kann mich hinlegen zack wie machst du das? jetzt kann ich dir die Schuhe binden komm mal her ich binde dir die Schuhe zack das ist nett von dir kannst du den anderen Schuhe auch? oh da kommen ein paar bis Runde 9 brauche ich keine Waffe mehr ich habe jetzt hier meine Fäuste entdeckt wie machst du das? mit welcher Taste? sag ich nicht komm schon da musst du Partner sein bei Twitch also gut mach mal Fäuste Challenge oder? die Runde im Liegen im Liegen? ich mach eben Liegen und nur mit Feusten das hat geklappt oh Gott ne ich steh auf ok gut steh auf au ich nehm die Waffe aber können wir ja Pause machen wenn er auf Toilette muss? ok pass auf ich stell mich hier hin aber du musst mich am Leben halten wo denn? da? alles klar kannst du dich nicht? halt mich am Leben ja hier ja sorry ich musste gerade an deinem Ohr vorbeischießen oh shit ich muss ihn wiederbeleben noch lebt er noch lebt er Leute noch lebt er noch lebt er scheiße den letzten habe ich auch gekillt das wollte ich gar nicht Paul kommt zurück alter komm jetzt bist du zurück Paul du lebst noch aua sag mal ist äh ist das Spiel nicht so brutal hier aus pädagogischer Sicht? nein da gibt es schlimmeres Minecraft zum Beispiel ich würde mal gerne die Kiste finden hier gibt es eine Kiste da gibt es so ähm das ist so wie Lotto da gibt es so Waffen aber äh nach nach dem Zufallsprinzip ich zeig dir Watto komm mal her komm mal mit Kaja bist du da? ja komm mal bei mich später ihr musst doch aufmachen ich hab kein Geld dafür ne mach ich nicht mach auf! du hast Affe zu mir gesagt nein Entschuldigung tut mir leid mach bitte auf nein Kaja hier ist die Kiste ich lenk mal den den Heini ab geh mal da hin ja das steht ungewöhnlich Schadensstufe 2 ja nimm die ausgezeichnet ich geh auch mal wie oft kann man denn die Kiste benutzen? jetzt hast du den ge- ach man kostet immer 1000 und dann kriegst du dann so Zufallswaffen was hast du? wieder ne grüne ich hab wieder ne grüne das ist ja doof die sind immer grün hier ich hab jetzt ne grüne am am Boden willst du die nehmen? wenn du noch einmal das Wort grün sagst die sind immer grün können wir die am Leben lassen? klar oh war der letzte ich hab ne violette ich hab ne violette Entschuldigung wo kommt die denn her? ist eigentlich ein bisschen diskriminierend dass es bei den Zombies keine Frauen gibt da hast du voll gewonnen ist mir gar nicht aufgefallen ja siehste mal über sowas mach ich mir Gedanken wir brauchen auch Zombie-Frauen Frauen sind halt nicht so böse wie Männer jetzt meine nicht ist Hilde so böse? ich weiß nicht ob ihr zuguckt ich kann nicht sprechen Kaya ich wette mit dir ja? ich wette mit dir um ein Abendessen dass du als erster stirbst der Gewinner entscheidet wo ok ok dieses Schlaggeräusch das erinnert mich wirklich an meine Frau du wenn ich nachts aus der Kneipe komme oh hast du mir die Hose aufgemacht? ich hab einen fahren lassen das war da hast du einen das kennst du ja von mir ja aber hallo hier komm ich hab die Tür aufgemacht Alter ich häng fest what the f*** wo geht man denn essen? kannst du mich wiederbeleben ich weiß nicht wie ich hier stecken bleiben konnte ich will erst musst du mir so eine eidesstattliche Versicherung schicken dass wir essen gehen ja wir gehen essen aber ich bin doch gar nicht tot ich bin doch nur verletzt doch nein tot heißt wer als erster stirbt ich sterb doch gar nicht ich verblute nur ja gut da hast du dich verbluten spinnst du? hier hör auf abgebrochen du blödmann ne einfach abgebrochen sag dass wir essen gehen ja wir gehen essen ok was willst du denn essen? ja teuer oh ich bin tot rette mich ne jetzt sind wir quitt wenn ich dich wiederbelebe ich bin getroffen mein Freund bitte ich liege am Boden verblute ja ich komm ja du stirbst auch an den unmöglichsten Stellen ne ich verblute mein oh scheiße lass den am leben wir haben noch zwei die am leben sind lass den am leben ja super du hast den jetzt weggeballert lass den anderen am leben also neue runde oh man lass den am leben lass den ok gut ja mach ich noch so wohin ja du musst Strom an machen oh man ja dann mach doch bitte ich bin tot Achtung Kaya steht vor mir mit Mütze also leute paul panzer neu auf twitch sein kanal heißt paul panzer underscore gaming lasst ein follow da ein like und lass bei mir ein abo da Moment lass den noch mal am leben lass den noch mal am leben da ich wollte Hose auf geräusch aber was ist mit unserer taktik ach komm lass hör zu Kaya was ich mach jetzt nur das was du sagst ja ich bin hier bei dir ok stirb Stimulanz verwirrt und stoppt alle mal ha Affe hey ich kann nicht kaufen hier paul warte 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 so so lass den schön am leben weh du killst ah Mist Prüfungscomputer was haben wir mit dem Prüfungscomputer es hat auch die andere Dimensionsrisse verursacht der ist in eine Falle gelaufen der ist in eine Falle gelaufen der liegt direkt vor dir ohne Kopf und ist in eine Falle gelaufen ja bin ich ich bin ja direkt am Poppes hier ist der Automat mach Aktivierung hier der Automat ja und jetzt was weiß ich nicht was hä was wir müssen doch was machen das ist die Challenge ich lade ich lade ich lade alter ich bin gleich tot hilf mir doch mal was machst du denn ich bin tot Kaya wenn ich jetzt sterbe und du stirbst auch rette weg noch 16 Sekunden dann bin ich insgesamt weg oh Mann ich brauch bald Muni ne ich hab mich da mal hingelegt rette mich Kaya ja hauptklag wir bleiben Freunde das wollte ich gerade anzweifeln nein nein wir haben es doch versucht du kennst doch das Sprichwort den wahren Charakter das zeigt sich wenn man Call of Duty Zombies zockt den Spruch kennst du ne ja ich bin jetzt weg ich bin out of keyboard ja dann gehen wir out of keyboard das war der beste Beitrag den Paul heute gebracht hat geht nicht ran wird wahrscheinlich die Taste nicht ich glaub Paul hat sich grad gedacht wo ist der Scheißtyp hallo ich hab gesagt du gehörst zu meinen Top-Lieblings-Comedien und Kollegen in Deutschland könnts doch sonst keinen das stimmt ich hätte ein Spiel für dich das nennt sich Raft dann fang was dann fang nee dann fang wir an ich geh auf Weltbeitreten oder das wär nett Kaya hier ist ein Hai was soll ich machen du baust dir ein Speer ich bin hier allein auf nem Flood ok pass auf ich bin hier neben dir guck mal ist das ein Inder Junge hallo guten Tag also pass auf wir sind beide auf diesem Floß wie schalte ich denn um auf Schrotflinte warte mal Moment wie schalte ich denn um auf Railgun ich brauche Railgun was ist das denn bist du ein ok jetzt verstehe wir sind auf einem Floß kann das sein genau wir sind auf einem Floß und ich weiß nicht genau was passiert ist ich glaube im Laufe des Spiels wird die Story wird kommt komm zurück Paul Paul komm zurück wo bin ich denn du bist vom Floß gefallen komm zurück der Hai der Hai sobald du ins Wasser plumpst kommt der Hai und frisst dich komm zurück gescheuert wo bin ich ich hab ein Haar komm Paul Paul komm komm wieder ah ich schwimm zum Fass komm zurück ich hab das Fass geholt another one bites the dust ich hab doch das Fass geholt Fasmophobia Fasmophobia was soll ich denn bluten warte ich bin auf dem Floß was so und jetzt hol dir was da ist doch was oder da ist so ne so jetzt kommt er wieder weg das Ding das Ding geht unter es steht aufgeben und wiederbeleben was ist das denn jetzt bin ich wieder bei dir und ich habe wieder nichts wie sehe ich denn aus wenn ich springe besser als wenn du stehen bleibst ich habe eine Zwiebel wie esse ich denn die Zwiebel die kannst du roh essen glaube ich das geht wäre natürlich gut wenn wir sie irgendwie kochen oder braten oder ich hab die Zwiebel gegessen pass auf bist du doch da Kaja ja guck mal siehst du mich ja pass auf jetzt esse ich einen Stein ne doch nicht geht gar nicht jetzt schwimmst du zur Insel ok lass dich nicht fressen ich glaube es ist besser gefressen zu werden als mit dir weiter auf dem Floß zu sein sehr gut Kaja ich muss ich muss dir was sagen ja es wird dir nicht gefallen ich bleib hier nein ich weiß nicht ob das Spiel auf die Spielmechanik das vorgesehen hat aber ich entscheide mich bewusst ich lebe hier weiter du wirst keine Sekunde übernehmen komm jetzt da runter wieso denn wenn ich hab essen ich hab trinken du hast gar nichts du hast mehr was ich winke hier guck mal das Hüpfen ist mein Winken huuuu adios adios ich bau dir keinen neuen Haken du brauchst mir keinen Haken bauen du brauchst mir keinen Haken bauen ich lebe jetzt hier du bist so ein Schmuck Schmuck komm nur zurück weil du mein Freund bist du schaffst das sowieso nicht mehr du bist zu weit weg wer sagt das denn wo da kommt der Hai das schaffst du nie doch ich sammle alles ein und kommst zu dir und ich bau dir keinen Haken und weiter zack und hüpfen ausweichen zack wegducken hai attack wegducken und wegducken und wegducken doppelspring doppeljump und wegducken doppeljump ey oh wegducken da kommt er ich bin gefasst und wegducken nein jetzt das schaffst du nicht du bist gleich tot ja klar schaff ich ja bin schon einmal weggetaucht jetzt ist er unter mir durchgeschwommen jetzt und einmal wegducken dann gebe ich dir was zu saufen wegducken und wegducken 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 ha 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 wo bist du ich bin leider zu weit geschwommen ich bin unterpflos helfe ach du scheiße schmock lachen hast du bist du hast den hat du bist tot du bist wiederbelebt nein du hast es nicht geschafft sonst hättest du dein haken du hättest du dein haken gehabt aber hast du nicht deswegen du bist gestorben ich habe gesagt ich habe gesagt so bau dir jetzt selber ein du weißt wie es geht du weißt wie den haken bauen geht ja ich gehe erstmal rein und hol hier sachen ja geh mal rein ja und entweder du gibst mir das jetzt einen haken oder ich mach dein ding kaputt du gehst jetzt ins wasser und holst deine platte ohne kunststoff nein du legst mir einen haken hin oder ich mache jetzt sofort drücke ich auf x auf entfernen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ja siehste viel einfacher als ins wasser so ich habe einen haken ähm so ich baue ich muss jetzt du musst was trinken paul einfacher grill wir werden sowas von verrecken man also immerhin mach das ding bloß nicht kaputt welches ding jetzt auf dem du draufstehst grad dann gib mir einen haken du hast doch einen haken nein ich bin gestorben gerade wegen einem hagen du bist wieder gestorben gib mir einen haken oder ich mach es kaputt jetzt so ein kackhaken danke ist das eigentlich Teil des Spiels dass man einen Mitspieler erpressen kann ich habe eine Stoßstange ähm eine Frage zu dem Spiel ja wann setzt denn der Spielspaß ein irgendwer hustet hier die ganze Zeit hörst du das nicht dieses ne äh weißt du was ich huste ich habe nämlich kein Wasser mehr kein Fisch mehr und kein Herz mehr das meinst du nimm mal diesen Becher auf hier vorne diesen Karton genau ja habe ich weiter 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 und dann noch Becher mit Salzwasser füllen nein 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 trinken nicht mit trinken ich trinke gerade warte ich trinke ich trinke zu trinken ja aber nicht mit Salzwasser was nicht mit Salzwasser tut das gut ich trinke ich kann immer weiter trinken ich habe so einen God Mode wie kann ich das denn sehen bist du ein mit der was hast du tut mir leid wenn du auf deine Tasten drückst von deinem Klimperding dann mache ich deine Sachen kaputt und jetzt schmeiß ich noch einen Haken ins Gesicht wenn es geht zack hui oh Gott ich habe es vergessen sorry Leute ihr seid wahrscheinlich total getriggert Radfußen man kann doch Seile craften was heißt das denn wenn man den Leuten sagt du bist total getriggert wenn Leute sich aufregen wenn ich das Spiel kacke spiel hier da sollen sie wegschalten bewegungsunfähig also Freunde hier hier hallo Freunde von meiner Community wenn ihr getriggert seid dann haut ab kannst du mich wiederbeleben ich bin auf dem Floß du kannst mich wiederbeleben was kriege ich denn von dir du kriegst einen Haken ne ich will was ich will was echtes ich will 2 Bitcoin ah warte mal ich habe eine Idee ich kann dich doch ins Wasser schmeißen nein das machst du nicht kann ich das machst du jetzt nicht kann ich meine Sachen oh Manni du bist im Wasser das hast du jetzt nicht gemacht das hast du jetzt nicht hey lebt wohl du hast mich ins Wasser geschmissen ich hab dich lieb Kaya ich hätte du hättest vielleicht ein Bett bauen können und dann hätte ich mein Inventar nicht verloren okay warte ich komme zu dir ich sterbe mit dir so wie Leonardo DiCaprio und die Kate Winschel she's a mann leader we müssen das in das Buch schreiben oder wo ne das war Fatzmo ne das war der beste Beitrag den Paul heute gebracht hat ich habe ein Paddel gebaut aber das habe ich weggeworfen Paddel ist gut Paddel ist gut da können wir immer zu den ähm da habe ich weggeworfen warum ich wollte das nicht okay hast du es wenigstens auf hast du du weißt doch besitzt belastet alles was du hast hat irgendwann dich aber nicht wenn wir einsam auf dem Schoß sind komm mal hier zwei auf einmal pass mal auf der Pro Gamer hier komm wir müssen weiter planke hast du ein Speer noch? du hast gesagt du hättest ein Speer gebastelt hab ich getauscht gegen gegen salzwasser zwei fässer zwei fässer drei fässer Paul komm her hey das macht er das so ja ich bin wieder auf dem Floß ey dass wir nicht gestorben sind ist eigentlich echt ein Wunder nimm einen Haken und nimm eine Kartoffel du hast Hunger oder? nimm eine Kartoffel sagt der Türke zum Deutschen nimm eine Kartoffel du du Kartoffel du Kartoffel Paul Panzer bester Mann du bist Kartoffel wo hast du eigentlich diese Angel her? oh bist du die hab ich gekraftet wolltest du sagen dumm? man passt sich an man passt sich an warum bist du dumm? es war ein Witz ich hab dich nur getriggert ja ich dich auch hab dich auch nur gefingert nochmal ich find die Musik schön und weißt du warum? wir sterben jetzt beide aber wir sind so wie wie so Indian und Cowboy wir sterben so in also du stirbst in meinen Armen ich hab dich getriggert getriggert und jetzt ist äh ich hab nen Fisch gefangen ach ich bin gestorben mit all meinen Fischen und dem ganzen Scheiß bin ich gestorben wieder einmal ganz am Ende des Spiels überlebt der Paul weil er einfach Pro ist Scheiß kippe dein Einlauf ich bin zu spät dies ist eine automatische Nachricht sie sind zu spät Paul Panzer hat den Arbeitsplatz verlassen ich warte auf den Piepton dann sag ich nur was dies ist eine automatische Ansage achso es gibt keinen sie rufen zu spät an Paul Panzer hat den Arbeitsplatz verlassen naja müssen wir nächste Woche müssen wir gucken ja ich hab Paul verpasst Leute was machen wir jetzt? wir spielen heute Rast kennst du das? nein ich hab das seit Ewigkeiten auf der Festplatte aber ich hab's noch nie so gemacht wie wir das machen wir machen das ja heute auf unserem eigenen Server ja vielen Dank Nitrador an der Stelle was steht hier? you're sleeping ey bin ich ich bin da oder? ich bin auch da aber ich weiß noch nicht oh ich bin da das ist doch Deathmatch oder? hör doch mal auf wieso hä? meine Fackel ist kaputt hör doch mal bitte auf ja aber was machen wir denn sonst wenn wir nicht Deathmatch ja vielleicht gucken wir uns mal um warte ich seh dich Paul ist ein Schild von dir boah das ist ja geil gemacht what? ey Paul hast du das gesehen? das ist ja hammer gemacht Leute da gibt's Applaus für komm ah falscher Knopf warte ich komme alter was ist das für eine Steuerung hey boah ich kann nicht man ich geh nach ich geh nach links ich geh nach links warum geht der Weg gerade aus? hör doch mal auf achso ich kann wo ist denn der Vogel? wo ist wo ist wo bist du? hörst du auf? ich bin hier am rausfinden was soll das? ja du hast einfach Angst weil ein nackter auf dich zukommt siehste wieso bist du denn nicht tun? da geht's jetzt los das musst du mir aber auch sagen da geht's jetzt los oder nicht? ich reib mich nur an dir das ist das macht mehr Angst als jede Waffe guck mal kann man hier Kleidung erwerben? also wir schalten gerade aus dass ich äh wo ist das Auto? nix anhab hier kommt Klamotten geflogen kommt von Twitch direkt zieht euch was an sonst werdet ihr gestrikt jetzt bin ich schon wieder hier ganz wo anders wo sind das? aber ich bin ja ganz wo anders ah Weapon Laser Sight Muzzle Breaker was wo bist du denn? was ist? wo bist du denn her gekommen? meine Güte das gibt's doch nicht wieso werde ich denn hier in ne Toddings geboren? au! man ich hab keine Muni oder? ah hier hab ich Muni warte mal kurz warte so jetzt kann ich so jetzt kann ich du ist schon tot? wie seh ich dich denn auf der Map? ähm ey du schießt das schon auf mich du Ar... siehst du mich? nein wie soll ich dich denn sehen? wie kann ich das denn sehen? nein du Arsch du bist schon wieder du bist so ein Prenner wie geh ich eigentlich in die Hocke hier? achso ich seh den nicht muss direkt vor mir sein da bist du im Sack man hä scheiße das Spiel ist um einiges schwieriger als GTA finde ich so wie kann ich denn im Ernst in die Hocke gehen? ja 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 au 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 ha du kannst das ding sowieso nicht fliegen du hast übrigens mit einem blöden hubschrauber hast ihren waldbrand entfacht sich erwischt ja aber ich bin verwundet du kannst aber noch ziemlich gut schießen dafür dass du verwundet bist ja ich liebe ja hier das gibt es doch nicht so treffe ich dich nicht wie du lügen kannst du sag ja auch kann mir mal ihr gerne sagen wurde in diesem blöden visier hinschießt ich habe einen stein mann da kommt damit im stein zu der schießerei wo ist der vogel nein können wir aufhören überall da feuer zu machen wo ich mich gerade verstecke im spiel jede strategie ne komm macht flutlicht an und sonne geht auf jetzt wird schwieriger nachts nicht so laut sonst schmeißen die flutlicht dinge ab im modernen gemengen ist paul ich werde schon wieder mit licht beschmissen warum bist du so aggro nein ich will keine leuchtraketen geht weg ja dreh dich ruhig mal um du und ich so sieht es nämlich aus na ich sehe nichts mehr soll das jetzt ich sehe nichts hat nichts nichts eure eure nacht und nebelaktion hat nichts gebracht ihr könnt den ganzen tag hier tantalos und einem der schiebe nee sorry da könnt ihr machen was der wenn der killer die beute auf können wie sagt man wenn der spur nee was wenn der kinder scheiße jetzt ist der moment weg wenn der killer die beutenspur wenn die die beutenspur die beutenspur der killer die färte aufgenommen hat dann lässt er richtig und die beuten und die beuten spur bringt mir aber nichts das auto nein ich will hier raus machst du da weißt du wie man das ding reitet oder nein ich weiß ich gucke ich gucke gerade ich sehe den schwanz das pferd hat kein kopf mehr ich kann nicht ich treffe dich nicht jetzt wo bist du denn jetzt schon wieder siehst du mich nicht auf dem ich sehe dich nicht im ding du guckst erst du hältst ich guck nicht in die map ich mach das nicht warum nicht dann spawn mal ein bisschen weiter weg von mir rüß dich vor noch selber ich liebe es wenn du sauer bist ja dann lauf doch weg du vogel lauf doch weg ich war hier drin paul deswegen ich war hier drin guck dir den asi an ja passt du mein paul 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 das hast du selber ja paul paul auch du bist da ich sitze hier oben auf dem turm ich habe einen stein und eine fackel du witzbold ok ich gebe dir ein paar sekunden in jedem spiel fällst du hier oben runter in jedem spiel bist du ready oder wieso hast du mich schon wieder im visier oder was in jedem spiel ok wie gehe ich in die hocke nein kann ich eigentlich verhindern dass das ding hoch geht ich habe nur einen fuchs gesehen der da angerannt kam was war das denn was war das nein da kam aus dem rauch so ein fuchs dämlich das ist jimmy leck weiß jetzt schickt er schon füchse doch nur damit der der das aus menschen gewinnt hihihihihihihihi auf das menschen goodbye my lover bist du eigentlich mit dem taucheranzug was macht ihr hier wieder das ist nicht witzig was ihr da macht hallo auf wessen seite seid ihr eigentlich komm du musst mich doch sehen ich sehe ja auch ich sehe dich ja auch aber das hilft ja jetzt schon wieder siehst du schießt auf mich ich habe ein schnitzel mehr nicht dann geht auch nicht in meine richtung gehen auch woanders hin nein ich reibe mich an dir das ist mir egal da dann mache ich lieber nackt angst als dass ich mich dann bewerbe ich dich mit dem schnitzel weg nein ich will mit wo bist du du hast mich gerade erst gibt keine antwort mehr haben wir ganz gut ist dir die pizza runtergefallen hast du das gesehen nein jetzt auf die tastatur über allem ich habe käse auf dem üppselon ich habe käse auf dem üppselon wir fangen jetzt mit gar tik von an und zwar mit dem imposter modus der immer noch nicht public ist in dem modus geht es darum dass wenn wir gleich starten wird einer von uns zufällig als imposter ausgesucht das steht groß in der mitte also da steht dann verräter und dann wird diskutiert wer hier die meisten fehler oder nicht überschneidungen und so weiter getroffen hat und dann wird abgestimmt wer der imposter ist wenn ihr ertappt wird dann bekommen alle anderen einen punkt also wenn alle den imposter gebotet haben und es können aber auch sachen also es können auch texte seien die geändert zum beispiel aus einem sandwich wird oder sowas was wenn ich den imposter kriegt da muss ich alles falsch machen und starten wir doch einfach mal ins erste game da ist das war steht es jetzt nur falls jemand gerade weg guckt weiß man selber dass man imposter ist ja das sagt sagt nicht du weißt es nicht weil ich weiß nicht ob ich gebe einfach immer mein bestes weiße aber auch beim zeichnen jetzt hat man war oder okay das heißt das spiel erkennt wenn ihr nicht das gleiche genau er also wenn der eine also was denn nur ein wort ah sorry das ich dachte nur ein fein weg als wir es besprochen haben oder das ist mir aber tatsächlich auch und da hatte ich verbindungsprobleme das gehört kann aber glaube ich kurz weg nicht dass er diese wichtige nachher ist er verräter und hat es nicht mitbekommen verbindung ist weg sepp anny und ollie und sie sind noch gar nicht verdächtig bis dato und ich auch nein bin ich nicht weil ich zwei wörter benutzt habe also guck mal ich mach voll mit toaster ich weiß gar nicht was du hast da ich verstehe da ist mein grüner haken bitte ich glaube der imposter hat nicht gerafft was das zeichengenie mit farbe und allem ja voll macht auch noch ein comic draus ich habe auch das gefühl der imposter wusste nicht wer imposter ist dann kann es nur paul sein das ist doch gar nicht mal so gut der ist krass immerhin kann ja der kann schon mal ist ja fast gleich mit anny wer könnte jetzt nach mir dran wie wie soll man uns denn anpassen würde ich muss mich an ich will ja von euch lernen weißt du immer zu zweit sie sind ein meister und ein schüler ich bin ich hör zu zwei zwei eins was ist das denn das erkennt man gut was ich bekommen habe was soll das sein leute wer hat das gezeichnet das ist das der imposter sorry ich wollte neu anfangen das sollte sonnenfleck werden das kam nicht an das ist keine was ich habe ich gesagt konnte mir erklären was das sein soll die haare so speziell rausgehoben waren zwischen baul oder ist ja wenn das tag aber paul war noch schlechter als sonst das macht ja wir wissen es doch kaya wie machen wir das jetzt ich weiß es nicht genau okay das heißt wir spielen jetzt noch weiter und wir haben jetzt paul keine runde das sieht aus wie mit sich spaß hat ich bin kein fang und das heißt gartig noch mal zwiebel knoblauch deine englisch kenne sind so gut wie deine zeichen was ist das denn das kann auch paul sein das soll ich denn easy also ich man darf keine zahlen zeichnen oder nee am besten nicht also am besten nichts offensichtlich ist hallo ja keine ahnung ich das machen soll das sind doch keine zwei 288 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 298 298 31 32 32 33 34 33 34 35 35 35 36 Du hast mich angebelltet. Du hast gesagt... Du bist so dumm... Boah, du bist so... La mia grande. Scheiße. Warte, ich klicke es wieder hin. Hey, das ändert nichts am Geschmack. Warte mal ganz kurz. Ist dir die Pizza runtergefallen? Hast du das gesehen? Nein, jetzt guck ich... Scheiße, auf die Tastatur. Über allem, ich hab Käse auf dem Y. Ich hab Käse auf dem Y. La mia grande. Scheiße. Warte, ich klicke es wieder hin. Hey, das ändert nichts am Geschmack. Welche Pizza hast du denn? Scheiße, schon wieder. Hey, das ist doch kein Absicht. Komm doch mal auf. Speziale heißt ja bei dir komplett mit der Wohnungseinrichtung auf der Pizza. Ja, mit Tasten vor der Tastatur. Das ist die Dr. Oetker Gamer Speziale. Ist mit Y, mit O, mit 4 und mit Tab. Aber sag mal, du bist doch Vegetarier. Margarita ist vegetarisch. Alles gut. Wieso hast du denn eine Margarita? Ich hab so eine Speziale. Oh, das ist Speziale. Speziale. Ist aber eine Speziale. Komm, isst du eine Pizza? Ich esse Speziale. Pass auf du, Döner. Gerichte angepasst. Ich hab eine Currywurst, du Dreck, sag du. Speziale. Ist da eine Pizza, fängt an. Ciao, Bär. Ist das Speziale? Also bei meinen... Hör doch mal auf! Du meinst, zu essen oder was? Nein, so äh... Wie heißt... Wie sagt der immer? Shitten. Was? Du shittest mich. Ich was? Du shittest mich. Du sagst doch immer shitten. Schinken. Schieten! Weiß nicht, was das ist. Cheaten! Ach, Cheaten! Mogeln! Ja! Achso! Oh! Ja, Mann! Nächsten Samstag? Gartic Phone? Gefällt dir das? Nein. Ich hab's... Ne, ja. Also mit irgendwie... Wir haben doch früher mal mit... Wie hießen die, die Bekannten von dir? Hier, Schlomo und... Weiter, weiter. Mehr Namen, bitte. Äh... Tinker... 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 Tinkerbell, Schlomo und... Verdane? Was? Verdane? Haben wir mit dem? Verdane? Finden wir den Typ. Sie können sich jetzt bewerben. Werden Sie... Verdane ist noch frei. Gnu! Genau, so hieß sie. Das nass du Gnu. Oh Gott. Wann geht's denn hier weiter? Ich glaub, die haben alle den Stream verlassen gegen uns. Endgültig. Ich glaub, die haben das World Wide Web verlassen. Die kommen nicht mehr. Die sind im Intranet verschwunden. Ich hab auch das Gefühl, das war dein Game. Ja. Absolut. Paul's Game. Drecksack. Das hat sich rauskristallisiert. Das ist das erste Mal, dass du länger gebraucht hast, zu sagen, das Spiel ist nix. Salami. Fungi. Dallucati. Dallucati. Genau, neue Pizza. Pizza Dallucati. Pizza Dallucati. La grande Dallucati. Pizza Flocati. Ja, das wär mal ein Move. Stimmt, das war vorhin bei dir Pizza Flocati. Nachdem mir die hingefallen ist, meinst du? Ja. Wie sieht's aus? Oh. Mann, schon wieder Künstler. Du auch? Hab ich zwei eingestellt. Oh Gott, das sieht nicht so aus, wie ich das wollte. Nee. Kennt ihr das, ihr habt ne Idee und nachher kommt was komplett anderes bei rum? Gut. Was waren das für ein Geräusch im Hintergrund? Eine Katze? Ja, ich hab aufgetreten, sorry. Was? Das ist, Leute, der Chat ist so gemein. Möchte jemand meine Community haben? Ich werd nur gedisst hier. Ich würd eine halbe nehmen. Da können wir mit deiner Community zusammen dich dissen, ist voll. Nice. Schlimm, ey. Immer wenn ich... Fehler ist, Fehler? Schreibfehler. Nee, Fehler. Oh, oh. Was? Möse? 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 Unwahrscheinlich. Ich hab was, ich wollt was anderes schreiben. Du wolltest Mörser schreiben. Deine Gedanken driften ein bisschen ab, Paul. Nein, ich wollt was anderes schreiben. Welle, Galo, wirklich? Ja, Moment. Wasser? Boah, geile Welle. Hättest du noch was anderes machen können, oder nicht? Also, das wäre eine Weile. Ich kann eine Welle. Paul, nicht zu groß. Alter, Paul. Du bist dran. Paul ist es. Kann ich kurz erklären, was ist das neben der Welle? Was ist das? Ein Boogie-Boarder. Was? Paul ist im Buster. Ja, das geht durch. Das geht durch, ja. Paul hat sogar ein richtig gutes Skelett gezeichnet. Ja, danke. Vor allem versehen. Ähm, ich hab letzte Runde Paul genommen und er war's halt nicht gewesen. Und da hat er auch schon solche Sachen gemacht. Ist das sowas von Olli, die so auffällig gefrontet die ganze Zeit? Fällig. Nein. Easy ist es nicht. Oh, auffällig. Oh, Mann! Hat sie sie jetzt gewohntet? Hä? Paul, ist es ja eh egal. Mann, schon wieder Künstler. Oh, Mann, ey. Okay, ich hab jetzt ne Chance zu gewinnen. Einmal der Imposter sein, bitte. Das ist okay. Sorry, ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich wollte noch einen Bogen. Was? Die Elfe? Ihr seht doch mal die Ohren. Leer. Die Ohren kommen. Achso, ja, stimmt. Die Ohren kommen. Okay. Hallo. Was? Aber wenn ich weiß nicht, ob die Flügel haben oder nicht. Ach, wenn man nix reinschreibt, dann geht das mal einfach weiter. Dann geht das weiter. Achso. Paul hat alles gut gemacht wieder. Na, ich hab so schön gemalt. Das kann nicht sein, dass er schon wieder Imposter ist. Okay, Jungs. Das könnte halt auch Paul nochmal sein. Ich seh uns hart dabei. Ja, aber wir dürfen Paul nicht nochmal voten. Richtig. Paul könnte es halt jede Runde sein, das ist das Problem. Ich bin es nicht. Ja. Ja, guck mal. Ja, aber wir holen ihn trotzdem nicht ein. Äh. Eine geht noch. Also. Eine geht noch. Dann können wir direkt loslegen. Ja, Reiner. Okay. Schade, Sepp. Ein paar Sachen waren aber zu wenig. Ja, also. Aber da noch ein Problem ist. Alter. Oh, das ist einfach. Gott, das sieht nicht aus wie das, was ich zahlt gewöhnt. Koordin-chan-chan. Was haben die denn? Hey, so ungefähr. Ist ja wohl klar, was das ist, oder? Das ist mir einfach nur unangenehm. Oh fuck. Unangenehm. Superat, das ist meine unangenehm. Husten Sie mal an, das ist mir unangenehm. Das ist Pauls Bild. Das ist so Pauls Bild. Was ist denn das? Ich habe die Imposter-Zeichnung. Ich weiß wirklich nicht, was das reinläuft. Ah! Das da vielleicht. So, das erste Wort ist Kleber. Dalu, was? Rot? Du bist... Ein Brittstift. Das ist doch ein Brittstift sein. Das ist Petchup und Senf, Dalu. Das ist schon hart. Petchup und Senf vorne schwarz, oder was? Das ist ja wohl ein Elefant. Alter, was ist das denn? Wie konntest du das denn erkennen, Dalu? Vielleicht bin ich auch Imposter. Das ist ein Schweinelefant. Geyer konnte eben aber in der Runde besser malen. Nein, ich habe... Ich bin kein... Guck dir doch mal den Elefant von Izzy an. Das ist doch unterirrisch. Ey, der muss direkt erkannt. Das ist Kaya, das ist Kaya. Ich finde das Ding so gruselig. Ich finde es nie. Es ist wie bei Among Us und hier First Class Suite. Nee, wie heißt das Spiel? Aber ich würde auch sagen, es ist Kaya. Ja! 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 Nice, Oli. Das ist stark! Mann, dritter Platz. Oli haben Gleichstand. Entschuldigt, ganz kurz. Ich muss das loswerden. Das ist ganz wichtig. Hab's genommen. So. So. Weiß ich nicht, warum du wieder stirbst. Ich stirbst. Rette mich einfach und hör auf zu sagen, ich höre dir wieder, wie du stirbst. Stipst. Außerdem heißt es stirbst, nicht stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Bei uns sagt man, es stirbt raus. Und wenn du jetzt ein, Arsch, ich schreibe, du bist salty. Dann drehe ich durch. So, Leute. Gehen wir ins Spiel, oder? Komm. Also, du siehst, wir sind echt geschrumpft, ne? Guck mal, nice Grafik. Ich mag das hier. So, links oben siehst du dann, ne? Wir haben eine Aufgabe. Verlet schon wieder das Interesse. Nein! Gleich bei der ersten Quest. Nein, alles gut. Du kannst auch schon Sachen, mit E kannst du Sachen aufsammeln. Das lohnt sich vielleicht. Da ist er wieder. Nein, ist alles gut. Ich komm, wo bist du denn? Wo bist du denn? Bist du schon? Alter. Ich war im Zelt. Bist du schon da? Im Zelt. Alter, was geht mit dir? Hast du schon mal gespielt, das Spiel, oder wie? Nein. So, ich sammle erst mal ein bisschen Zeugs, damit wir, ich glaube, gleich müssen wir irgendwas basteln und so. Du hast so eine ganz komische, rasierte Frisur. Du hast so einen Bushido-Look. Du siehst aus wie MCM auch. Und du siehst aus wie Harry Potter. Aber guck mal, guck mich mal an. Soll ich mir mal was zeigen? Ja. Pass auf, Achtung. Oh, du weißt, wie man in die Hocke geht. Ja. Es sieht aus, als wenn man macht. Also, great. Three, two, one, let's go! Ah ja! Sorry. Ich hab manchmal so, weißt du, wenn man in die Hocke geht, dann... Guck mal her, was ich alles analysieren kann. Ah! Was ist da? Ei! Hier! Hier, komm mal her! Hier sind Aliens! Was? Ich hab gerade... Hey, du musst mir helfen! Am analysieren, ich hab keine Zeit für sowas. Nein, hier sind Zombies! Das ist das falsche Spiel. Nein, hier sind Nackte, ohne Scheiß. Nicht schon wieder. Doch, hier steht, auf Hilfe warten, noch 22, 21. Du ziehst die aber auch an, ne? In jedes Spiel kommen diese GEZler von dir. Wie viele Sekunden hast du noch? Bist du hier, bist noch zwei. Beeil dich, komm! Ich kenn ja wie ein Schmuck. Wo, wo, wo bist du? Ich kann nicht atmen. Ja, ich... Boah, das ist ja ein Riesenviech. Das greift mich an. Von wem... Es sind Nackte hier, glaub mir. Das ist nicht so schlecht, Pete. So, jetzt hau mir ganz schnell ab. Komm mal mit. Komm mal schnell weg hier. Komm mal schnell mit. Wo gehst du hin? Ich gucke, was das ist. Weißt du, was das ist? Das ist... Im Moment haben viele in Deutschland Probleme damit. Das ist eine Stinkwanze. Ich kann hier ja mal ein bisschen Biologie machen. Die Stinkwanzen, die wollen im Moment ins Haus kommen. Und da darfst du nicht raustreten. Die sollst du rausbringen, weil die Stinkwanzen, wenn du drauf trittst, stinken. Ist doch mal diese Pilze. Stimmt. Pilze? Pilze, Peter. Drücke die Taste 6. Was passiert dann? Ah, hey. Danke. XT4... Boah Gott. 0, 0, 0, 0. Warte, ich muss den Finger hinhalten, sonst kann ich so viele Nullen. XT4, 0, 0, 0. Das ist ja wie eine I-Bahn. Mann, hör auf damit. Das ist ein neuer Name. Taste 6. Ich weiß, das ist aber auch echt krass, wenn du die ganzen Namen vorliest. 2, 5, 7, 3, C, 5, 6. Nein, aber Nullen sind immer so, wenn du da so viele Nullen, ne? Aber der hat, also XT4, warte, 0, 0, 0, 0. Ich weiß auch nicht, warum die auf Twitch alle... Drücke die Taste 6 und er hatte recht. Vielen Dank. XT4, 0, 0, 0, ne? Hör auf. So, ich kann jetzt ein Zelt bauen. Komm, lass uns ein Zelt bauen. Direkt neben der Forschungsstation. Komm her. Wo bist du? Hier. Ja. Komm, ich baue hier ein Zelt. Aber hier steht noch ein Zelt. Nee, aber wir müssen eins für uns bauen. Ja, hättest du gern. Ich gehe in das Normale. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich will nicht in deine Erotik-Höhle. Kommst du jetzt mit? Nein, ich analysiere was. Du schläfst jetzt mit mir. Komm jetzt. Komm her. Komm her und drück E. Du kommst jetzt in die Kiste mit mir. Weh verschlafen. I'm ready to eat my pillow. I'm ready to eat my pillow. So, und? Wie fandest du die Nacht mit mir? Boah, war super. Fühle mich auch erholt. Ja. Weil nichts läuft bei uns Opas. Wir pennen einfach. So. Schön, wenn du einen Witz machst. Und auch kein Atem dazwischen und direkt lachst. Ja, weil ich... Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte so ein bisschen gern von deinem Selbstvertrauen. Dass du sagst, Witz und ha ha ha. Ist kein Selbstvertrauen, ist einfach albern. Oder ist Verzweiflung. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich eine Mischung. Aber ist auch schön. Die Nacht war schön. Ha ha ha. Also keiner hat auch mehr eine Chance, jetzt zu sagen, war so mittel. Nein, war einfach super. Weil ich selber lache. Das ist der Trick. So habe ich die ganzen Frauen immer rumgekriegt. Ja, ich merke das schon. Ey, ich bin total witzig. Ha ha. Zu spät. Ja, hätte reingrätschen können, aber jetzt bin ich es. Scheiße, du hast meinen Trick durchschaut. Was mache ich eigentlich mit der Grasplatte? Keine Ahnung, was ich mit dem Shit mache. Ich bin am Anfang. Ich bin ganz am Anfang. Wieso? Was machst du da? Wieso bin ich jetzt auch am Anfang? Komm mit. Wow, du hast eine Grasplatte aus dem Koffer geholt. Ha ha ha. So, hast du die Pilze auf? Ne, die sind immer noch hier. Ja, schmeiß das Ding weg. Brauchen wir jetzt nicht. Hol dir die Pilze und dann hast du ein bisschen was zu futtern und so. Oh, wir müssen was essen. So. Ich bin hier in so einer Unterführung. Komm, wir müssen zu dieser komischen... Au. Ey. Äh, kannst du... Kannst du... Bist du wieder tot? Ja, ich bin in so einer Unterführung. Kannst du mal eben kommen? Guck, da ist eine... Naja, das schafft man nicht. Du müsstest dich ein bisschen ausrüsten mit einem Speer oder so. Au, au. Hey, sie hat mich. Äh, kämpfe. Komm. Ich rette dich. Alter, die hat aber Lebenspunkte. Aber ich kann zugucken. Das ist schön. Guck mal her. Ich bin wie so ein Zuschauer. Also ich setze 10 Dollar... Oh, oh. Geil. Au. Kannst du mich mehr belegen? Ja, klar. Aber guck, das schaffen wir nie im Leben. Doch. Ja, du bist auch gleich tot. Nein. Ich lebe. Und du lebst auch. Komm, lass uns schnell wegrennen. Mann, das ist doch blödes Kackspiel. Boah, ey. Ich könnte am Roten Kreuz anfangen. Hast du gesehen, wie ich dich gerettet habe? Einfach gerettet und Ameise... Egal. Komm, wir spielen, passen, bevor wir... Nein, hör auf. Das spiele ich nicht mehr. Ich will mich erst mit den Entwicklern zusammensetzen. Die sollen das Buch rausnehmen. Bist du tot? Ja, jetzt habe ich... Ich dachte, du kommst nicht mehr. Ich hab dich doch wiederbelebt. Ich mach auf Fett beenden. Nein, hör auf. Ja, ich komm ja schon. Das Spiel wird gerade interessant. Nicht angreifen! Ach, egal. Nein, komm. Für die anderen. Ich mach mir Knieschone aus dem Vieh. Du hast recht. Wir könnten uns ja eigentlich noch ein bisschen... Außerdem dürftest du... Warte mal. Warum kann ich das nicht aufheben? Weil ich es schon gemacht habe. Außerdem, du bist ja aktiv bei PETA. Also gegen Ameisen können die nichts sagen, oder? Nee, glaube ich nicht. Haben wir kein Fell. Aber es gibt auch Ameisenburger. Hast du schon mal einen gegessen? Ja. Und? Bitte? Schmeckt der? Da war ich nicht ganz durch. Siehst du das große Haus hier im Hintergrund? Da siehst du mal, wie klein wir sind. Können wir nicht da mal hinlaufen? Das ist 99% of what using a computer is all about. Ich laufe dahin. Komm mit. Okay. Ich laufe dahin. Rette mich. Ja, okay, okay, ich komm mit. Wieso habe ich einen Stein in der Hand? Rette mich. Bist du schon tot? Nein, aber ich sag's schon mal prophylaktisch. Ich hab doch ein Brechwerkzeug in der Hand, oder? Foto von mir. Ey. Jetzt bist du wieder tot. F-U-C-K. Warum bin ich... Ich lieg hier schon wieder. Wer hat dich denn getötet? Oh. Ach, der Schatz. Stinkkäfer. Kannst du dich mal heilen oder so? Kannst du was essen? Weil ich sehe die Lebens... Hör auf mit der Scheiße. Ey, du sagst mir, ich soll mich heilen und stechst... 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 Dann sperren mich rein. Schi-Tech. Du hängst so offen mit mir ab. Du kannst auch kein Deutsch mehr. Schi-Tech. Schi-Tech. Schi-Tech, du. Ich hab... Hast du noch Saft? Sind wir noch im Spiel? Ich lach schon wieder mal über meinen eigenen Gag. Ja. Ich bin tot. Wieso? Ja, weil du... Bei was? Weiß ich nicht, warum du wieder stirbst. In jedem Spiel. Rette mich einfach. Und hör auf zu sagen... Schöne, du... Wie du stirbst. Stipst. Außerdem heißt es stirbst, nicht... Stipst. Du stirbst. Du stirbst. Bei uns sagt man, das stippt raus. Und wenn jetzt ein Assi schreibt, du bist salty, dann dreh ich durch. Hör mal. Swack, Sko, War schreibt... Paul, rasierst du dich unten rum? Das ist Sexismus. Willkommen in meinem Niveau. Du hast mich alleine gelassen. Ich kann da nicht rein. Ich stepp auch. Nein. Ich mach fett beenden. Ich kann nicht rein. Ich muss ein paar Subs vorlesen. Moment. Kann ich zuhören? Bitte? Nein. Dann ist deine Community genannt. Ey, ich sag nichts. Ich will nur zuhören. Ich will das lernen. Deine Community will das lernen. Ja, mir egal. Ich sag keinen Ton. Mach. Ich will zuhören. Good Cat Ames, danke für den siebten Monat. El Tonhoff, eins für die 200 Bits. Romano, 29. Schudi für den neunten Monat. Kaya Nathurs, Liebling für die 5 Euro. Ich hab dich vor etwa acht Jahren in Bern gesehen, in deiner Comedy-Show. Cool, dass du streamst und zockst. DeLift. Willkommen im Club. Ey, ich meine, danke für den Giftshub. Divine Insanity für den sechsten Monat. Araskan, 88 für die 5 Euro. Entschuldigung. Dienchen, 175, 55. Araskan, 88. Willkommen im Club. Tommy Freedom, willkommen. Aichi, 6300, willkommen. Splash 7 für den zweiten Monat. Bosslinger für den neunten Monat. Kogi Club. Bist du noch da, Paul? Kogi, Koyote. Ich will dir zu. Ich lerne. Apothekenchef. Immer zu zweit sie sind. Ein Meister und ein Schüler. Äh, elfter Monat. Takun für den dritten. Katjushka 212. Willkommen im Club. Haki Boxer für den neunten Monat. Ja, Hals-Maulwurf für den siebten. Siehst du Tau irgendwo? Bist du taub? Bist du taub oder willst du mich nicht hören? Schatten im Black. Dein Lachen ist gemalt. Deine Gedanken sind nicht mehr bei dir. Bist du taub oder willst du mich nicht hören? Wo bist du? Wer ist denn das? Ein anderes Lustig. Was ist denn mit dem Scheißlaser? Was ist denn mit dem Scheißlaser? Was ist denn mit dem Scheißlaser? Hilf mir, der Scheißer. Hey, I'm sorry, I put the stone in your face. I'm sorry, I put the spear in your... Yeah, in your bloody. Bloody hell. Jetzt weiß ich, woher der Spruch kommt. Hör mal, auf damit. Ihr schreibt einer wenige Sekunden bis zum Tod. Hör auf. Du hast die Scheißlaser angefangen. Nein. Will ich helfen? So. Ich könnte dir helfen. Will ich es? Wir wissen es nicht. Kannst du bitte revivieren mich? Ich bin zurück. Ich bin zurück. Jetzt weiß ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie du siehst aus wie will... Hör auf! Hey, bist du ein... Hallo? Du hast mich gerade gedatet. Now we are quit. Kaya steckt seinen Speer in Paul. Freunde, das muss ich jetzt ganz schnell in eine andere Richtung nehmen. Wo ist denn mein Honigtau? The honeytau. You can drink. Ah, das ist mein Honigtau. Hey, that is my honeytau. Ach, Läuse-Honigtau kann ich trinken. Ah, Lise-Honigtau. They're gonna drink. Aber den Saft kann ich nicht saften, ja? But the saft, I don't can saft. Komm, lass uns, äh, versuchen... Komm, lass das. Wie kommen wir denn jetzt in die Tiefen des Tais? Hau, komm mal, wohin der Diebe ist der Dike. Was machen wir denn jetzt in den Tiefen hier? Ist da irgendwas? Muss ja. Oh, ich entdecke hier gerade was. Was denn? Hier ist ein T-Rex. Was machen wir denn hier? Hier ist ein T-Rex. Oh, da ist eine Spinne hinter dir. Komm da weg. Scheiße, wie komme ich denn wieder in die Luftblase? Hier sind scheiß T-Rex. Warte, ich muss da so... Bleiber. Bleiberblazes. Da ist eine Spinne hinter dir. Ich glaube, ich hole dir die Fresse. Pass auf. Ja, das ist doch nicht meine. Ich habe sie doch nicht geholt. Ach, Mann. Wo ist denn die... Eine Sekunde vor der Luftblase bin ich verreckt. Fuck, Säge. Das ist mein Rucksack am Arsch der Welt. Mann. Kaya. Ja? Wir drücken jetzt beide auf Bad Beenden. Ja, und du hast mich wieder... Wie mache ich diese Bumstaste? Mit String, mit String-Control. Scheiß auf String. Ich will nicht wegbumsen. Aber ich spiele mit Maus. Mann. Das ist doch unfair. Heute mit einem improvisierten Stream, Leute. Weil ich es tatsächlich nicht ins Büro geschafft habe. Sorry, Leute. Ich habe euch ja versprochen, dass ich nochmal online gehe und ein Spiel mit euch spiele. Und das nennt sich Knockout City. Und das Ganze mache ich mit Paul und Jimmy the League. Einen wunderschönen. Hallo? Kaya? Wie geht's? Besser noch in der Leitung. Du klingst so komisch. Hast du ein neues Mikro? Ja, ich habe leider ein improvisiertes Mikro. Ich bin nicht in meinem Office. Bist du nicht in deiner Wohnung? Nee, im Verkehrsmuseum in Luzern bin ich. Ich hatte vorher ein Event. Und das Event hat maßlos überzogen. Es war zwar cool. Ah, verstehe. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann müssen wir das quasi von hier aus machen. Jetzt sitze ich hier an einem der PCs an dem Event. Ich sehe aus wie Pink. Also von hinten. Ich weiß nicht, wie ich von vorne aussehe, weil ich sehe mich nie von vorne. Karolim ist Sunshine. La 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 la. Oh, ich sehe euch beide. Oben ist Jimmy Leck und Karolim ist Kaya Hulubuk. Wer? Ja, Kaya Hulubuk. Komm her, Paul. Ich will nur was ausprobieren. Schau mal auf. Jetzt warte doch eine Sekunde. Du siehst wirklich aus wie Pink. Karolim ist Sunshine. So, ich hole mir einen Ball und dann komme ich zurück. Hä? Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Oh, nein. Zack! Ja, was? Wo seid ihr? Wir sind, äh... Ich habe, ich habe, ja, 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 ja. Wo seid ihr? Jetzt habe ich das Spielprinzip kapiert Ja Ich habe einen Nein, ich habe keinen Ball Ja Das Team ist nicht ganz so krass, oder? Ja Da kommen wir Ich habe ihn, ich habe ihn Einmal erwischt Ja Ja So langsam raffe ich das Spiel Jawohl Yes Geil Ich habe nachher so einen Ohrwurm Sind das die anderen? Die haben doch gerade gesagt Zahngold geht in Führung, oder was? Ja, wir haben jetzt gleich schon Alter, ich rasier gerade Ja Hör doch mal auf, mich zu schubsen, du Shit Wo habe ich denn hingeschubt? Ja, und die sind beide runtergefallen Ja Geilo, geil, 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 geil Ja, fuck Okay Einen habe ich weggebumst Nichts ist entschieden Ja Ja Sehr gut Dann mache ich den mal, was? Na, einen Punkt, um das Spiel zu gewinnen, Leute Die haben keine Bälle Die haben keine Bälle Ich weiß, ich versuch den auch die ganze Zeit wegzupumpen Ja Ja Geil Ja Ja Das hat es jetzt gebracht Oh, hier fahren Autos Oh, die überfahren ein Äh, gut Ah, hier ist ein Ball Ah, nein Wo ist der hin? Ich habe den Multiball und den voll Nein Ich weiß wirklich nicht, wo die Bälle sind, ne? Ich muss einfach an die runtergucken Ach, Mann Können die sich mal andere Bots Rasiert, 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 rasiert Einen habe ich rasiert Ja Zwei haben wir platt gemacht Ja Und wir haben es alle gehört, Kaya Yes Ey, 10 zu 9 Knapper ging es ja wohl nicht Immer bin ich die Wurst hier Mann Ja Doppel-K.O Ha, 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 ha Alright Ich kann dir aber was abgeben Ja Scheiße Aber es gibt keine So eine Suchlenk-Funktion, ne? Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht treffe Ja Ja Ha, ha, ha Geil, 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 geil Hey, wo sind die schon wieder? Das gibt es doch gar nicht Heißt, ich bin von Daxi gerannt Oh 8 zu 3, wir haben das, wir haben das im Griff Wir haben gewonnen Gegner hat aufgegeben Wie asozial, oder? Samma, Kaya Ja Gibt es bei dem Spiel kein Deathmatch So Da ist er Paul-Panzer Paul-Panzer G-Punkt So, wohin? Wo bist du? Erziele mehr Knockouts als der Gegner Warte mal ganz kurz Was? Erziele mehr Knockouts als der Gegner Kann man nicht ausschalten, das ist cool Fuck Nein Jein Nein, 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 nein Okay Ja, und jetzt? Du Semmel zu wundern Nein Nein Ah, okay, jetzt weiß ich aber, wie es geht Ich bin da umgestiegen Nach zwei Stunden Nein, ich habe bisher mit dem Controller gespielt Dann habe ich das Kabel kaputt gemacht Und jetzt spiele ich mit so einem, mit so einem, äh Mit so einem Ding Mit der Tanzmatte Zack, hab ihn Schubst mich da runter Du Dreckstack I love it I love it Du in einem bescheuerten Museum Ah Ah, du kleiner Fuck Nein Ey, schubs Hörst du auf, mich zu schubsen? Was soll das? Yes Ey, hör doch mal auf Ich weiß, kenn die Taste nicht Wo ich den anderen umrolle Oh, ich hasse das Das ist so geil mit dir Mike, wie rott ich den rum? Oh, du bist so eine dumme Ersache Wo ist der Vogel? Hä, wo ist denn der? Where's the bird? Oh shit, wir haben uns gegenseitig weggeprallt Ja, und du hast mich wieder Wie mach ich diese Bumstaste? Mit, mit String, mit String, Control Scheiß auf String, ich will nicht wegbumsen Aber ich, ich spiel mit Maus Mann Das ist doch unfair Du bumst mich und ich Ja, hub doch Schräg Sack Ich will nicht wegbumsen Ja Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Sack, du Kleiner Das ist unfair Mit deinem Drecksverkehrsmuseum Wo bist du? Ich kann nicht mehr Nein, ich bin in den Abgrund gefahren Ich Ich will Ich will dich wegbumsen Ich hab das noch nie von einem Mann gehört In so einem aggressiven Ton Ja, ja Du weißt schon, was du willst Ich will dich wegbumsen Ich kann nicht mehr Ich drücke auf die Fangtaste Und meine Maus macht gar nichts Oh, das war aber gut, Paul Komm, das war gut Ich weiß nicht, was du hast War das gut Wow, das ist Hey Mann Ich hab auf die rechte Topf Kleiner Verkehrsmuseum-Arsch Arsch Nein Der Taxi hat mich überfahren Was? What? Ich kann nicht mehr Ich weiß gar nicht, wo du bist Nein, wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wo bist du denn? Hier, die Welt Es wird enger Ich glaube, ich sehe dich Ich höre was Nein Du Dreck Du Verkehrsmuseum-Arsch-Geige Ja, Freunde So was Noch eine Runde, bitte, Paul Heute ist letztes Spiel mit Paul Panzer Nie wieder Wir können uns gerne treffen Auf dem Trittigfaden Oder auf dem Fußballplatz Bitte, noch eine Runde, bitte Ich werde nicht mehr virtuell streben Gegen den Kleinen Paul Komm, die letzte Runde Ich muss Ich bin eben erst umgestiegen Von Controller auf Maus Spielst jetzt mit Maus und Controller Wo bin ich? Ah, da bist du Zack Hallo, hallo Ey, hör mal auf Nein! Paul! Fall runter, du Schwein Nein! Yeah! Du Kleiner Verkehrsmuseum Wo kam das denn her? Was? Nein, scheiße Ja, nein! Ja! Hör auf, mich zu bumsen! Hör auf, mich zu bumsen! Ich weiß, ich nicht bumse! Wie bumse ich! Hilfe! Wie bumse ich! Ich weiß, wie ich bumse! Das ist Zufall, wenn ich bumse! Nein! Ich bin tot! Ich kann nicht spreaden! Alter, wo bist du denn jetzt? Ah, fuck! Du Sack! 2 zu 1, du kleines Verkehrsministerium Nein, ich bin abgestürzt! Nein, die absolute Runde verloren Okay Okay Aua! Und jetzt? Nein! Nein! Der hat doch nicht! 2 Mal! Boah, das regt mich so auf! Da lagen 2 Bälle rum! Was soll ich denn machen? Dann 2 Bälle, du hast 2 Bälle in der Hose! Lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß! Zack! Oh, die Bähne! Und Schmock! Nein, hör doch mal auf! Tschüss! Wie bumse ich dich! Ich weiß nicht, wie ich dich bumse! Ich weiß nicht, wie ich dich bumse! Kapierst du das nicht? Und das ist unfair! Du bumst mich! Ich will dich bumsen! Du bumst mich ständig! Ich bumse dich! Und ich kann dich nicht bumsen! Und ich kann dich nicht bumsen!